Okay, dann ab ins Intro. Okay, wir sind drin. Oh, wow! Holy shit, geil! Das sieht richtig gut aus. Ganz schön viel Zeug im Hintergrund, aber mega. Ja, hallo Dizzy, wie geht's Ihnen? Willkommen zu einer neuen Folge Hardcast hier auf unseren Kanälen. Yeah! Ja. Ja. Battlefield ist released worden. Ich habe mein Licht ein bisschen angepasst. Nicht viel, nicht viel, nicht viel. Das ist noch nicht ganz fertig, aber ich finde es deutlich besser geworden. Auch unter anderem nach dem kleinen Gedankenanstoß, den wir in der letzten Folge, glaube ich, gemacht haben. Das habe ich quasi am nächsten Tag schon umgestellt. Und im Grunde habe ich das auch mehr oder weniger erst mal so umgesetzt, wie du mir das empfohlen hattest. Nicht ganz so, aber so ähnlich. Also sprich, ich habe jetzt einen großen Spot von, also es ist jetzt hier quasi ein Keylight, das mich mehr oder weniger direkt anleuchtet, beziehungsweise hier so in meine Richtung. Dadurch habe ich hier diesen Schattenwurf. Und ich habe zusätzlich jetzt noch, das weiß keiner, habe ich noch nie darüber geredet, Weltpremiere. Ich habe diesen Elgato Lightstrip, den habe ich hinten an meinem Schreibtisch angebracht. Ja. Den brauche ich nicht für meinen Streamsetup. Aber es ist halt cool, wenn ich die ganze Kiste hier abends ausfahre, ausmache, dass ich noch eine indirekte Beleuchtung an die Wand habe, die man nicht sieht. So, und ich finde das gut. Darf ich was anmerken? Ja, bitte. Ich mag dein Keylight hinten im Fenster nicht, das lenkt von dir ab. Ja, da soll noch ein Vorhang vor. Und da auf diesem Stativ, da steht quasi hier so ein Light, was mich von hinten nochmal beleuchtet, siehst du vielleicht, ne? Ja, ja, ja. Sieht fancy aus, aber auch das Stativ finde ich, wenn ich das anmerken darf, ist nur zum Testen. Okay, okay. Ist nur zum Testen, nur ausprobieren. Ich finde es sehr geil, ich finde es selber sehr geil. Na, wie war so 2042? Hast du auch super viel Spaß gehabt für zwei Stunden? Also, wir haben das ganz einfach gemacht. Ich habe direkt mir EA Play Pro geholt und habe es dann quasi die Freundlichkeit, dass ich es ja unbegrenzt lange spielen kann dadurch. Ja, habe ich ja auch gemacht. Und habe auch gar nicht irgendwie geguckt, kriegst du es irgendwo anders her, willst du die Vollversion haben oder sowas. Ne, ich dachte einfach, erst mal reindippen. Und dann sind uns relativ schnell viele Sachen aufgefallen. Ein paar wussten wir vorher schon, viele wussten wir nicht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, am zweiten Tag, am zweiten Tag, eine Liste zu schreiben von Dingen, die uns, die mich stören, die uns stören und habe dann teilweise Umfragen laufen lassen, ob der Chat das auch so sieht, damit ich nicht meine eigene Meinung da so komplett reinwurste. Ja. Und dann habe ich jetzt, ich habe jetzt so eine kleine Liste mit schlechten Dingen, guten Dingen und Sachen, die man eher als neutral bewerten würde. Also meine Liste ist ziemlich einseitig. Das glaube ich. Und ich habe auch meinen Chat nicht gefragt, weil es mir auch egal, ehrlich gesagt. Weil ich brauche nur, ich brauche nur overall, einmal bei Twitch anklicken, sehe, dass Schraud nicht online ist, kein Schwanz guckt das Game. Also brauche ich meine Zuschauer nicht fragen, weil die Antwort hast du schon global. Also der Großteil aller Spieler, also der Großteil von den Leuten, die bei mir zugeguckt haben, ist der Meinung, dass Battlefield 2042 echt mies geworden ist in dem Zustand, wie es jetzt gerade ist. Es ist ein unvollständiges Stück Software, das meiner Meinung nach den Namen Battlefield nicht verdient. Es ist einfach kein Battlefield. Das ist einfach, da können wir diskutieren, aber es ist halt einfach kein fucking Battlefield. Es sind so viele Sachen aus dem Spiel rausgenommen worden, also rauskommen, die in allen Versionen oder in vielen Versionen davor drin waren, dass es eine Frechheit ist, unabhängig von den ganzen Fehlern und Problemen. Kein Scoreboard. Kannst du dir einen Multiplayer-Shooter vorstellen, dass es einfach kein Scoreboard gibt, nur dass du dich mit den anderen Spielern vergleichen kannst? Excuse me, aber es gibt ja wohl bitte Participation Awards, wenn ich bitten darf. Das ist ja wohl richtig toll. Du hast einen LMG-Kill pro Runde gemacht. Das ist doch schön, dass du teilgenommen hast. Jetzt kannst du mal bitte rausgehen. Nee, es gibt kein Scoreboard, ja. Ich weiß auch nicht, wer da, also ich hab schon, also das war die häufigst gestellte Frage, also ich wollte mir das heute nochmal angucken, weil ich mir so ein witziges Gunplay-Video angeguckt hab und da war jemand, der, ja, ich sag mal so, also er behauptet, dass er sehr viel spielt, hat aber irgendwie ein paar Sachen gesagt, die ich ein bisschen weird fand, aber spielt auch nichts zur Sache und dann hab ich mir das heute nochmal angeguckt. Ich spiel das auch nur, wenn Off-Stream mit Freunden einfach nur ein bisschen rumzublödeln, so. Aber ja, es gibt kein Scoreboard. Ich hab keine Ahnung, wer die Scheiße entschieden hat. Wir sind uns nicht ganz sicher, aber angeblich hat EA mal so was erzählt, wie, naja, wegen der maskulinen Toxizität im Chat und allgemein will man ja niemandem das Gefühl geben, dass man schlechter ist als jemand anderes und da könnte es vielleicht einen Grund geben, das Scoreboard erstmal zu deaktivieren oder mal so rauszusoften, aber ich versteh's halt einfach nicht, ne? Bei einem Spiel mit Altersfreigabe hat es ja weltweit, Soweit ich verstehe, ne? Es hat ja eine Altersfreigabe. Kann ich, das ist doch, ist doch nicht nachvollziehbar, wieso man bei einem Spiel das immer, immer, jedes Battlefield, jedes verdammte Battlefield hatte eine Liste mit allen Spielern und da stand dann die Punkte, die Kills, die Tode, die Assists und der Ping und sowas mit dabei, das hat jedes verdammte Online-Spiel. Jedes. Ich check's auch nicht. Naja, jetzt kannst du deine Squads miteinander vergleichen. Das ist doch schön. Und oben rechts deine Slats drehen. Naja, kannst du, aber das mit den Squads ist ja auch witzig, ne? Du kannst, wenn du Squadleader bist, kannst du deinen, deinen Squadleader Rang abgeben, so. Du kannst sagen, hier, der andere soll das sein. Das geht, aber ich musste erst raus, rauskriegen, wie das geht. Der Chat hat mir da ein bisschen bei geholfen, weil ich zu dumm dafür war. Und du kannst auch einen Squad wechseln, aber du kannst keinen Squad aufmachen, du kannst auch keinen privaten Squad machen. Es gibt eigentlich keinen Squadplay. Weil wenn du als Squadleader nämlich sagst, hier, geh mal hin und greif mal D1 an, dann steht das auf der linken Seite irgendwo, klein im Chat, so von wegen so, ey, der Squadleader hätte ganz gerne D1 angegriffen. Es leuchtet nichts auf. Gar nichts. Doch, das grüne Ding, wenn du da hinguckst. Wenn du da hinguckst, zufällig ja, aber du brauchst doch eine Information, dass dein Squadleader gerade neuen Befehl gegeben hat, oder? Ja, du, das ist halt, ich hab so das Gefühl, das Game ist einfach für Kids von heute gemacht. So, also mit einer Aufmerksamkeitsspanne von einem Toastbrot ungefähr. Aber nur einer Scheibe Toastbrot. Und deshalb gibt's 128-Mann-Server, ja? Ja, natürlich, damit jeder mal einen Kill machen kann. Das hat mich so getriggert, ne? Ich hab am Anfang hab ich gedacht, also bei der vorhanden Kündigung so, ey, 128-Mann-Server ist ja cool, ne? Einmal mit Nummer größer. Bla, ne? Und dann haben wir das gespielt und ich dachte, das ist doch nicht wahr. Es gibt nur zwei Modi, also in dem Hauptmodus hier All-Lord-Warfare. Du kannst ja nur Breakthrough und Conquest spielen. Und dann dachte ich so, okay, wo kann ich denn jetzt hier meine Maps auswählen? Ich hab vielleicht eine Vorliebe, dass ich eine bestimmte Map spielen möchte. Geht nicht. Okay, wo kann ich denn einstellen, dass ich nicht auf 128-Mann-Servern spielen kann? Geht nicht. Und dann immer das Argument so, ja, das musst du im Portal machen. Dann gehst du in den Portal rein, wo ja momentan die XP deaktiviert sind, weil da gab's ja in den Portal-Modus nur aus Spaß spielen, aber nicht zum Anlocken. Was ja aber egal ist, weil im Portal kannst du ja eh alles spielen, was auf dem Server freigegeben ist. Ja, ja, ja. Mann, 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 ey, ne? Ich hab Portal noch nicht reingeguckt. Interessiert mich aber ehrlich gesagt nicht. Weil ich sag mal so, wenn die ARs schon so grottig sind, dann will ich nicht wissen, wie die anderen Waffen da sind. So, Portal ist durchweg positiv zu sehen, würde ich sagen, weil man die alten Spiele oder die alten Modi und alte Maps mit drin hat. Ich finde, manche Maps sind ein bisschen, nicht lieblos, aber nicht so ganz originalgetreu nachgebaut, aber das ist ja okay, ist ja eine neuere Engine und alles und so, aber das passt schon und auch das Gefühl, dass man halt nochmal Bad Company 2 Rush spielen kann oder Team Deathmatch, Noscha Kanäle oder so, das ist schon sehr cool. Aber das ist für mich halt ein Add-on. Es ist, für mich wäre Portal jetzt nicht so dieses, also ihr habt das ja so aufgepumpt, als das große Ding, du kannst machen, was du willst, du kannst alles erstellen und so weiter und das funktioniert wahrscheinlich auch, aber mal gucken, wie es nach dem Release aussieht, wie viele Sachen sich da wirklich behalten werden. Schwierig. Also, weiß ich nicht, ist für mich, also ich spiele es offline, hier und da mal, aber ist für mich eigentlich im Grunde genommen schon fast wie der Dad, weil ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr der Typ bin und sage, oh, in zwei Monaten, yeah. Übrigens mal kurz aus dem Chat aufgegriffen, er zuletzt kommuniziert, dass ein klassisches Scoreboard mit 128 Spielern zu voll ist. Das ganze fucking Game ist mit 128 Spielern zu voll. Also, no matter what, die ganze Karte ist zu voll, es gibt viel zu viele Fahrzeuge, es sind viel zu viele Menschen da, es sind viel zu viele Sniper da, es ist von allem zu viel. Viel zu viele Granaten, viel zu viele, viel zu viel von fucking allen. Und jetzt mal ernsthaft, wenn du einen 64-Mann-Server hast und du kriegst es auf eine Seite, okay, das hieße, dass wir bei 128 Spielerservern hätten wir halt zwei Seiten, du musst halt runterscrollen. Das kann doch nicht so viel verlangt sein, dass man ein Scoreboard hat, bei dem man dann mal eben runtergescrollt wird und so, hier stehst du jetzt, ne? Ja. Also, wie gesagt, ich will das gar nicht shit-talken, aber solche Designentscheidungen kann ich einfach nicht nachvollziehen. Es gibt keinen Server-Browser. Du kannst sagen, ich will Conquest spielen. Ja, cool, okay. Aber ich möchte auf einem bestimmten Conquest-Server spielen mit meinen Kollegen oder Freunden. Geht nicht. Also, ich kann nicht im Chat sagen, hey, lass uns mal auf dem und dem Server treffen. Geht nicht. Das war für mich früher integriert, also ganz wichtig und ein ganz fester Bestandteil von Battlefield. Ging nicht. Schade. Das finde ich überhaupt nicht. Das fühlt sich das erste Mal nach Krieg an. Okay. Ja, also für mich fühlt sich da nichts nach Krieg an, weil Spawn, Sterben, Spawn, Sterben, Spawn, Sterben zwischendurch. Äh, Chris den Sniper. Du meinst jetzt bei 128? Ja. Ja, weil das hat jemand geschrieben im Chat. Ja. Ja, und wie gesagt, da gehen die Meinungen halt auseinander. Ich hab jetzt, also wie gesagt, wir haben da Umfragen zugemacht und diese 128-Mann-Geschichte war bei mir so 50-50. Es war ein bisschen mehr, fanden es schlechter, aber es hat sich so ungefähr die Hälfte gegeben und ich find's nicht gut. Ich fänd's gut, wenn es 128-Mann-Server geben würde oder Spieler-Server geben würde, aber gleichzeitig auch eine Möglichkeit im Originalspielmodus. Genau, 64, 48, sowas. Was es immer gab, ne? Geht aber nicht mehr. Alex, du musst ruhig bleiben, das kommt noch in drei Monaten. Ja, aber wir bewerten ja Spiele nach dem, wie sie jetzt sind. Nee, das darfst du nicht machen. Klar darf ich das. Nein, das darfst du nicht machen. Sagt wir ja. Das ist der allgemeine Tonus. Man soll erst mal warten, bis sie das Spiel hinkriegen, so wie es sein soll. Dann spiele ich das Spiel erst, wenn es fertig ist. Ja, Entschuldigung, das ist halt der große Early Access hier. Ruhe jetzt, Telefon. Halt den Sappel. Ja, das Argument lasse ich nicht gelten. Wenn was released wird und es wird gesagt, das ist unser Release und wir sind jetzt bei einem Early Access Release eine Woche vorher und der Release ist jetzt am Freitag, an zwei Tagen, dann ist das ja schön und gut, aber dann kannst du nur das bewerten, was du gerade siehst. Und das, was gerade da ist, ist genau das. Ein Haufen Scheiße. Wir reden ja gar nicht darüber, dass wir Klonkriege spielen. Es laufen ja nur dieselben Personen auf dem Schlachtfeld rum. Alle sehen gleich aus und das war in der Beta ja noch schlimmer, weil es ja nur Movie Operator gab oder Specialist. Ja, ganz schlimm. Das System finde ich übrigens auch völlig Banane. Ja. Also, hä? Was soll das? Also, das ist so ein richtiger COD-Move für kleine Kinder. Oh, geil, Alter. Ich kann mir meine Skins freischalten. Ey, früher gab es einen fucking Engineer, Regan, Medic und was? Soldier? Ja, Soldier, glaube ich, ne? Ja, doch. Soldier. Amo-Guy, den Support. Genau. Warum, warum, was soll das? Warum gibt es eine fucking Wingsuit? Warum gibt es einen Enterhaken-Blödsinn? Und wieso kann jeder dieselbe Scheiße tragen? Warum zum Fick kann jeder, warum kann ein Medic mit einer scheiß Panzerfaust rumlaufen? Warum nicht? Warum kann ein Medic heilen? Warum kann ein Medic heilen, aufheben und Ammo verteilen? Warum nicht? Das ist doch im echten Leben auch so. Das ist so bescheuert. Ich verstehe nicht, warum sie nach einem jahrelangen Prinzip, was es seit Jahrzehnten gibt, das wegmachen müssen. Das, was dieses Spiel halt ausgemacht hat. Also, viele der Originalentwickler sind halt nicht mehr bei DICE. Also, viele, die damals mit dem Game groß geworden sind und sind halt nicht mehr dabei. Ich verstehe es auch nicht. Ich meine, DICE hat nicht das erste Mal einen Shooter rausgebracht und was die Performance und Probleme mit Rubberbanding und so weiter angeht, so, ja, scheiß drauf, ne? Das ist halt kacke und vielleicht haben wir einfach nicht genug Zeit zum Optimieren und so weiter. Das muss man gar nicht so und die große Glocke hängen. Das ist natürlich scheiße und das ist ein Gamebreaker, aber, ja, okay, ist halt so. Können wir jetzt nichts dran machen. Aber solche grundlegenden Sachen, kein Scoreboard, kein Serverbrowser, kein wirkliches Squad-System, viel zu wenig Waffen in der Auswahl, weil man wahrscheinlich die anderen Waffen noch über den Battle Pass mit reinbringen möchte. Wahrscheinlich. Über neue Inhalte, so. Specialists wie bei Rainbow Six Siege, ja. Also, ein bisschen überall so abgeguckt, so, ne? Ein bisschen hier, ein bisschen da, ja. Ganz stimmt. Es gibt ganz, ganz viele Clips von Leuten, die, äh, keine Hitmarker bekommen haben. Egal, also, ein Spieler steht still und wird beschossen mit einem MG von einem, oben von einem, von einem Tank oder sowas oder einem anderen Fahrzeug, ne? Und du kriegst keine Hitmarker. Geht halt. Es ist einfach nicht da. Ich hab auch jede Runde Serverlacks. Ja. Ja. Jede. Jede Runde. Also, es ist bestimmt schon, gestern, glaub ich, haben wir mal eine einzige Runde ohne gespielt. Also, ich weiß auch nicht. Ich hab da auch echt keinen, also, offline mit Freunden so aus Shit's und, aber on-stream tu ich mir die Scheiße auch nicht mehr an. Hab ich gar keine Lust drauf. Das Game ist auch instant, das war wirklich in einem Tag auf Twitch dead. Das war tot. Es ist jetzt auch tot. Weil jetzt sind die bezahlten Promotions weg von den großen Amis, jetzt ist es dead. Das war allerdings, muss man fairerweise auch sagen, bei Battlefield relativ ähnlich zu den Teilen davor. Also, das hat sich immer so einen Monat ungefähr gehalten oder zwei. Am Anfang, ne, neues Spiel, große Aufmerksamkeit und dann, das war kein Spiel, was man bei Streamern viel gesehen hat. Selbst die Battlefield-Streamer haben immer viele andere Sachen noch gespielt. Natürlich gibt's immer welche, die das viel gespielt haben, klar, aber keine großen Kanäle, ne? Naja, weil's aber auch seit drei, vier einfach nur noch Kacke geworden ist. also BF1, fünf, äh, ja, aber Battlefield 2042, da sind ja alle, alle aus den Wolken geflogen, weil alle so, geil, wir kriegen Battlefield 3 wieder oder wir gehen so ein bisschen in die, in die Richtung oder in die Nähe, ähm, aber, ey, es ist nicht mal ansatzweise irgendwas in die Richtung geworden und dann, also ich glaube, so schnell hab ich noch nie einen Steifen verfliegen sehen wie bei Battlefield. Also der war ja wirklich am selben Tag bei, also jetzt mal davon abhängig, wenn du natürlich ein Streamer bist und du magst Helikopter fliegen oder Panzer fahren, bist du natürlich der König, weil das ist dein Game. Weil das ist wirklich einfach nur Gefarme, mehr ist das nicht. Wenn du so ein Spaßi-Spaßi-Typ bist und du gehst mit Hovercraft, machst du Tokio-Drift durch die Mengen und so, ist auch Spaßi-Spaßi, aber wenn du ein bisschen Serial spielen möchtest als Infanterie, was ja oft großmals der Teil, der auch mit Streamer ist, weil sie halt einfach keinen Bock haben, die ganze Zeit auf die scheiß Vehikel zu warten, wie die Blöden, dann brauchst du die Kacke gar nicht anmachen und dann ist das schwuppdiwupp wieder vorbei. Oder wenn du nicht dich in die Sniper-Meter reindrücken lassen möchtest am Anfang, weil andere Waffen brauchst du ja nicht spielen, weil das fühlt sich an, als wenn du versuchst, in einen kleinen Becher zu pissen im Stehen, kommt eh nix an, ja, Server-Lex ohne Ende, nix funktioniert, kannst nicht reviven, halbe Stunde reviven, was, ohne Witz, heute im Stream, gespawnt, Panzer tot, gespawnt, Helikopter tot, gespawnt, Sniper angeschossen. Da denke ich mir dann so, naja, warum spawne ich denn hier noch rein? Oder auf dieser anderen Map hier, diese Stadt-Map, wo in der Mitte dieses Kolosseum ist und dann haben wir Breakthrough gespielt und der letzte Punkt ist oben im Hochhaus drinnen und du denkst so, wer auf ein ganz, wer auf diesen verfickten Planeten soll denn das einnehmen? So, deine Option, deine Option, die du hast, Forza ist übrigens ein absolutes Nischen-Game, weil es ein Renn-Game ist, by the way, und du sitzt da oben drauf und du hast die Option, runter zu springen. Wenn du runterspringst, fühlt es sich wie ein scheiß Gladiator, der zu den Dings runterspringt, zu den scheiß Tigern, weil da unten fährt alles rum mit Fahrzeugen und da liegen Sniper rum und die anderen kommen da nicht rein. und dann hast du da 200 Tickets, wo du dir eine halbe Stunde einfach die ganze Zeit einen wegboinkst, wo du entweder sitzt so oben und sniperst, revivest die Leute oder springst runter. Und mehr Optionen hast du nicht. Ja. Du kannst mittlerweile, ist es aufgrund der ganzen Vielfalt der Operator, kannst du aufgrund von Drohnen oder Proximity Mines oder diesen ganzen Bullshit kannst du nicht mehr, du kannst nicht mehr flanken. vor allen Dingen auch, weil bei 128 Mann einfach in jeder, in jedem Fickbusch sitzt irgendeiner drinnen oder in, an jeder Fick-Ecke kommt irgendein Hovercraft gerade um die Ecke und du hast keine Möglichkeit, dieses Spiel ist so statisch geworden, dass du wirklich, du schmeißt Granaten, sitzt, also geil sitzt, du bist Medic mit einer, mit einer Kiste, schmeißt dir deine eigene Kiste hin, rundherum hebst du alle auf und schmeißt eigentlich nur noch Granaten. Und das war's. Das ist das Game als Infanteriespieler. Oder du sitzt halt auf irgendeinem Kran und sniperst dir einen ab oder so. Ich hab noch nicht mal alle Operator gespielt. Ich hab jetzt am meisten Boris gespielt mit seinem Sentry Gun, das stellst du halt auf, das markiert dir alle Leute, auch die du nicht siehst, so, die oben sind und dann siehst du die noch für ein paar Sekunden, rot markiert ja, wenn die sich irgendwo verstecken oder so in einem Busch, kannst du wegmachen, ne? Schon sehr, sehr flach. Und hier die, die weibliche Operatöse, wie heißt sie, ich hab den Namen vergessen, diese Koreanerin, die dann diesen Wallhack hat, die hab ich noch nicht freigeschaltet. So, und das ist auch der Grund, ne? Ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich die am Anfang erstmal schön spielen, ging aber nicht, weil, ne? Ist halt nicht geanlockt. Ich find's echt schade. Ich find's echt schade. Also wie gesagt, meine Liste ist, haben wir bei mir quasi abrufbar gemacht. Ich hab dann auch noch was gefunden, was, oder es wurde mir zugetragen, ne? Im Reddit gibt's auch mehrere, mehrere größere Listen, wo dann so Dinge besprochen werden oder ausgeschrieben werden. Ich bin wirklich als Battlefield-Spieler maßlos enttäuscht davon, wie das jetzt rausgekommen ist und, ähm, ja. Es ist wieder ein modernes Battlefield, aber das hat für mich mit Battlefield eigentlich nichts mehr zu tun, also gar nichts mehr zu tun. Ne. Für mich leider auch nicht. Schade, schade. Ja. Ich denke auch, dass es wenig, bis fast gar keine Veteranen gibt, die das feiern. Das denke ich mir auch. Es wird immer ein paar geben, klar, ne? Wie du schon sagst, wenn du auch Bock auf Heli oder Tank oder sowas hast und da einfach nur grinden möchtest, da wirst du schon deinen Spaß haben. Und ich glaube auch, dass man zum Beispiel diesen Hazard Zone-Modus, ähm, den habe ich auch nur ganz kurz angespielt. Ich denke mal, wenn man so ein festes Team hat, dann kann der vielleicht auch Spaß machen. Da habe ich auf Twitter unterschiedliche Sachen gelesen, ne? Der eine fand das ganz gut, der nächste fand es total scheiße, also auch im Team und weiß ich nicht, es ist eher einer wie Ponyhof zum Beispiel, der vorher schon so geplant hat, er kann hier Tutorials dazu machen und auch wieder mit ein paar Leuten da rein diven, wie er das ja bei Warzone gemacht hat. Selbst der schreibt, ne, kein Bock drauf. Uninteressant. Völlig uninteressant. Schade. Ja, das ist glaube ich so, der allgemeine Ton und es ist uninteressant. Ja. Ich denke auch, dass die Spielerzahlen nicht so groß sind. Würde ich mal vermuten. Bei Call of Duty scheint ja auch, also laut, es sind wohl die UK-Verkaufszahlen sind wohl veröffentlicht worden und da sieht man auch, dass es stagniert, also dass es deutlich weniger ist als noch bei dem letzten Teil und der hat auch weniger als der davor. Also vielleicht ist auch einfach die Zeit von diesen Shootern gerade mal so ein bisschen abgelaufen. Naja, das Ding ist halt, da kommt auch nur noch Scheiße raus. Jetzt überleg dir mal, wirklich mal, jetzt stell dir mal dieses Battlefield rein und du machst, okay, Operator mal hin oder her, ist cool, nettes Gimmick, hast du, ist da und du machst es laufend, machst es so, hast du Scoreboard drinnen, funktionierende Server, Leute können ihren eigenen Shit hosten, 64 Mann hast du drinnen, nicht so viele Vehikel, Alter, das wäre einfach ein Top-Game und da würde keiner was über Gunplay sagen oder sonstiges dergleichen, das wäre einfach, es wäre einfach, Leute würden das feiern, weil das nämlich genau das ist, dass sie das Rad nicht neu erfinden, sondern einfach ein, zwei kleine neue Mechaniken drinnen haben, aber dass die Scheiße funktionieren. Wir haben bei mir auch genau natürlich darüber geredet und bei dem Thema, wie hätte es denn aussehen müssen oder was hätte es denn sein müssen, also wenn sowas wie BR4 mit aktueller Technik gewesen wäre, in Anführungszeichen, ganz normales Klassensystem, alles was du gerade gesagt hast, Server, Browser, dies, das, wären die meisten damit absolut happy gewesen. Oh ja. Die Frage ist jetzt aber, wäre EA auch damit happy, weil offensichtlich werden ja genug Kopien von den Spielen verkauft und man möchte ja immer mehr auf den Mainstream gehen und nicht so ein nischiges Game rausbringen. Je nischiger das ist, desto größer ist die Gefahr, dass das nicht viral geht oder sich nicht gut verkauft, also musst du halt die Spiele so machen, dass möglichst viele Leute da Bock drauf haben. Ich bin kein Freund von Battlefield 1 und von 5 gewesen, absolut nicht, ich habe wenig Spielstunden da drin. Aber das Ding ist, das ist das perfekte Battlefield für Leute, die einfach nur abends eine Stunde spielen wollen. Die sind sofort in der Action, die ganze Zeit passiert was drumrum, bam, 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 du machst ein bisschen was, du kriegst ganz viele Dinge da irgendwie an den Kopf und alles ist cool und dann bist du wieder raus und denkst dir so, so ähnlich wie bei Star Wars auch, so wow, ich habe voll was erlebt jetzt hier und jetzt reicht es ja, ich habe auch gar nicht mehr Zeit. So in die Richtung geht das anscheinend bei diesem Game, dass es so oberflättig geworden ist. Ich brauche auch nicht so die Lernkurve des Todes, von irgendeinem Simulator oder sowas, aber bei so einem Spiel wünsche ich mir halt eine gewisse Lernkurve, also ich jetzt als Veteran. Ja, aber dann frage ich mich ja, warum muss ich denn so viel Shit, warum muss ich denn so viel Shit, also so lange spielen, damit ich Sachen anlogge? Ja, damit du bei der Stange gehalten wirst, ein bisschen grindy. Ja, geil, aber wenn ich eine Stunde am Abend spiele, dann dauert das aber ein bisschen. Das beißt sich dann. Vielleicht kannst du ja mit einem, wenn der Battle Pass gestartet wird, kommst du da schneller ins Ziel, wer weiß. Bestimmt. Mann, Mann, Mann. Und EA hat es noch nie mit einem Battlefield geschafft, dass Skins sich etabliert haben, ne? Vielleicht ist das jetzt das erste Mal, dass man Skins... Ja, 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 da würde, denke ich, im Store kommen. Echt schade. Witzig. Ja. Dann haben wir noch nicht mal von der Performance gesprochen. Performance ist halt auch einfach nur ein Witz. Wie war die 3090 so? Das hat alles ganz gut funktioniert, soweit, ne? Ich spiele halt ohne RTX, macht halt bei einem Multiplayer-Shooter keinen Sinn. Es ist egal, ob ich es auf Ultra laufen lasse oder nicht. Performance ist grundsätzlich da. Wenn ich alles einschalte, läuft es natürlich deutlich schlechter. Aber was ich wirklich enttäuschend und krass finde, ist, es scheint ja wirklich nicht optimiert zu sein, auf egal was. wenn du jemanden fragst mit einem etwas älteren, mit einer etwas älteren CPU und einer 2080 Ti oder auch einer 30er-Generations-Grafikkarte, da hast du teilweise Performance-Einbrüche aus der Hölle unter 30, unter 60 FPS, je nachdem, ne? Das ist wirklich, wirklich schlimm. Ja, 120 Mann lassen, grüßen mit Explosionen aus der Unterwelt. Ja. Hast du schon wieder eine neue gekauft? Was? Hast du noch eine gekauft? Ach so, Entschuldigung. Das wollte ich dir jetzt nicht so unter die Nase reiben. Hast du noch eine gekauft? Nein, ich habe meine 2080 Ti verkauft. Ach so. Und dann habe ich die quasi hier über so einen Discord, haben wir ja schon darüber geredet, dass die dann halt eben diese Alerts raushauen. Da bin ich dann günstig dran, also zu einem Standardpreis reingekommen. Hast du drei jetzt? Ich habe immer drei Grafikkarten. Eine in meinem Stream-PC, eine in meinem Game-PC und das da vorne ist quasi so eine Art Wo, 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 wo. Du hast jetzt eine 3090 und zwei 3080? Eine 3080, eine 3080 Ti und eine 3090. Also hast du dir noch eine gekauft? Nee. Diese habe ich noch dazu gekauft. Ja, die 3080 Ti. Ja. Weil ich die, weil ich die 2080 Ti verkauft habe. Ja, ja, ja. Du hast momentan halt so viel Geld dafür. Da wäre es, also ich sage jetzt nicht mal, wäre blöd, wenn man das nicht machen würde. Ich sage nur, ich hatte die Möglichkeit, weil ich halt genau letzte Woche Donnerstag am PC saß. Der Alert kommt über den Discord rein, hier über Part Alerts beispielsweise. Ja, also Part Alerts ist halt einer von den Discord-Servern, über das, die das reinkommt. Und saß genau davor und sehe so, okay, die erste Karte habe ich nicht gekriegt. Also, ne, die werden dann immer so in gewissen Zeitabständen halt gepostet. Und dann dachte ich so, ja, hm, warum eigentlich nicht? Theoretisch guckst du mal eben kurz rein, hab ein paar Minuten Zeit gehabt, guck bei Ebay so, was wie 2080 Ti halt eben gerade so bringt. Und ich habe jetzt einen relativ geringen Aufpreis für diese Karte noch bezahlt. Ich habe ein bisschen draufgelegt natürlich, aber krass. Also, ich wundere mich selber, dass das geklappt hat. Schön. Die Placements laufen wohl, wa? Die letzten Monate. Naja, das auch, aber, wie gesagt, das auch. Grundsätzlich habe ich halt nicht viel Geld dafür bezahlt, ne? Ist es okay, wenn ich sie jetzt ein bisschen halte? Ja, mach es. Das ist ein Hardware-Talk. Wir können über, also, absolut. Ich habe sie nur abgeleckt bisher. Wollen wir tauschen? Kriegst du eine 6800 XT. Was ist das? R&D. Ach so, die bauen auch Grafikkarten, ne? Ja, ja. Das mal, danke. Danke. Wie stehst du, wie stehst du eigentlich zu den neuen Intel-CPUs? Oder der neuen großen Intel-CPU, die ja jetzt, auf einmal müssen die jetzt ja alle haben. Äh, I don't know, habe mir nichts dazu angeguckt. Ich habe auch nur überflogen grob bisher, so. Es sah ja auf dem Papier erstmal ganz, ganz nice aus, so, ne? Egal. Ich glaube, das ist auch irrelevant, oder? Also, wenn es der Shit wäre, würde das Internet voll damit sein, also denke ich eher, dass es irrelevant ist. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich habe mir ja nichts Real-Life-Performance-mäßiges dazu angeguckt, ehrlich gesagt. Das war mir, war mir für mich jetzt nicht so wichtig. Ich habe lustigerweise, ähm, in den letzten zwei Wochen einige, ähm, M1 Max und, äh, 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 zu den, zu den, zu den dicken Laptops von Apple irgendwie mehr angeschaut, ne? Also, was, was da so drin ist. Und so die, so die Meinung von so Leuten wie hier Spiele und Zeug zum Beispiel ist ja, okay, kostet scheiß viel Geld, ist wahrscheinlich der stärkste PC, den er jemals hatte, oder Laptop, den er jemals hatte, aber, ob man das für den Preis braucht oder unbedingt haben muss, ist halt so ein, ist halt so ein anderes Ding. Aber, äh, die Performance ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, Ganz klar. Ich finde es sehr beeindruckend, aber ich habe nicht die Anwendung dafür, also wäre das für mich, äh, völlig uninteressant. Ganz ehrlich, ich habe, äh, letztens, als wir darüber gesprochen haben, habe ich überlegt und ich habe dann einfach mein MacBook neckig rasiert und habe erstmal neu drauf installiert. Ich habe mich jetzt vehement auch immer noch dagegen gewehrt, habe noch nicht, äh, habe noch nicht. Also, habe auch noch nicht den Gedanken. Aber ich sage mal so, wenn, wenn jetzt Weihnachten laufen sollte und mein Auto endlich alles funktioniert und das geht, dann glaube ich, werde ich auch noch mal reingehen. Was ist mit deinem Auto? Äh, das geht zurück, äh, ist fertig jetzt, Leasing ist beendet und, äh, das muss abgegeben werden. Achso. Ja, und dann muss das ja auch repariert werden und, äh, naja, letzte Woche war beim Lacker und jetzt sind alle Lackschäden weg und, äh, naja, jetzt muss der noch mal aufbereitet werden, der muss ja noch mal zur Durchsicht und, naja, kannst du ja mal ausrechnen, was das also kostet. Geld. Ja. Viel Geld. Sehr viel Geld kostet das. Wie lange hast du ihn gefahren? Drei Jahre. Naja, habe ich den jetzt gehabt. Frage aus meinem Chat, wie sieht es mit Windows 11 aus? Hast du installiert? Ne, 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 ich hab, äh, ich hatte nicht wirklich die Ambition dazu, das zu tun, weil, ich hab mit dem Streaming-PC letztens schon wieder komische Sachen gehabt. Ich hab Windows-Updates gemacht, auf einmal crashte OBS wieder und dann den anderen Tag crasht es nicht und, äh, ach, keine Ahnung, dann hab ich das eine Update, äh, wieder deinstalliert, dann ging's wieder, nächsten Tag ist wieder OBS gecrasht und, ach, weiß ich, ich hab keine Ahnung, was mit diesem Drecksbetriebssystem los ist, ich weiß es nicht. Und dann hab ich halt gleich wieder verworfen, so, fick dich mit den Updates, gleich wieder alles ausgemacht, halt dein Maul, jetzt läuft's wieder und jetzt bleiben die Updates aus. Fick dich ins Knie, weil Sicherheit, Abdates, Sicherheits-Updates, hab ich keinen Bock drauf, das wird so stressig. Ja. Geht mir richtig auf den Sack. Und dann hab ich alle anderen Rechner, hab ich auch, äh, Updates gemacht, dann hab drüben auf dem Racing-PC wieder genau dieselbe Jauche, Asio-Treiber, einfach gecrash-Gäste im Stream, kein Sound mehr, neu gestartet, kein Sound mehr, Mischpult neu gestartet, Sound wieder da, Sound fliegt wieder weg, alles leckt ohne Ende, fick dich mit Windows-Updates, ehrlich, ohne Witz. Jeder, der mir dieses Jahr irgendwas von Windows-Updates sagt, dem sag ich einfach ganz klar, fick dich ins Knie. Also, ich weiß nicht, was die da dieses Jahr gemacht haben, aber, ey, also, meine Vermutung ist immer noch, das sind die AMD-Grafik-Karten. Es ist immer noch meine Vermutung, weil ich hab vorher nie im Leben so viele Probleme mit Updates gehabt von Windows. Und ich hab ja nun mal überall, hab ich AMD-Grafik-Karten drin, in jedem Rechner. Es ist so belastend, das kannst du dir nicht vorstellen. Kann mir das vorstellen. Ich hab das Problem jetzt gerade nicht. Ich hab, ich hab gestern den, den, oder vorgestern, gestern den, den, den zu dem Zeitpunkt aktuellsten entweder Treiber, also nicht nur Hotfix-Treiber installiert. Und wie das immer so ist, du startest dann Windows einmal neu und auf einmal sagen alle Soundquellen wieder Hallo und, und nee und ich doch nicht. Und das Übliche halt, das wird ja alles wieder verstellt. So, das, weiß ich nicht. Auf dem Stream-PC instelle ich zum Beispiel auch keine anderen Grafikkartentreiber. wenn da mal eine Sache stabil läuft, dann bleibt die halt ewig drauf. Passt schon. Aber mit dem Stream-PC komme ich, äh, mit dem 5900X ganz gut klar. Merke jetzt aber auch schon, obwohl das so eine starke CPU ist, dass man immer mal wieder auch so oben anstößt, wenn man über, äh, auf das Encoding über Slow geht. Ja. Dass man, dass zum Beispiel diese Software, wie hieß ja noch, diese Snapcam-Kamera, Ja. äh, dass, dass die dann die, das Encoding überlastet, wenn die auch noch gleichzeitig, äh, Dinge tut, so, ne? Ja. Das ist schon interessant. Fand ich jetzt, äh, nicht so gut. Ich hab das auch beim Rennfahren, wenn zu viel Gras da ist. Das ist der einfach überlastet, der Codec. Was? So ein Scheiß, ey. Also du kannst halt, guck mal, ich hab jetzt gerade, wenn wir, wenn wir talken, wir beide, äh, hab ich 16% Auslastung. Mhm. Wenn ein Game läuft, 20, und dann hast du ein bisschen Gras, Feierabend. GPU-Coding überlastet. Und dann guckst du in deinen Dings-Browser rein, äh, in deinen Taskmanager und denkst so, äh, wie wär's denn, wenn du die anderen 32 Kerne mal benutzen würdest? Das wär vielleicht ganz geil. Aber das geht ja in OBS leider nicht. Meinst du, wenn, wenn irgendwann mal der Schritt zu AV1 geht, dass wir dann nicht über die CPU encoden, sondern vielleicht direkt über einen, über einen Hardware-Encoder, vielleicht eine extra Karte oder, oder eine Grafikkarte oder sowas? Ja. Ja, ne? Apple macht, äh, Apple bahnt den Weg mal wieder. Und alle hassen sie. Am Ende ist es mir relativ egal, wenn ich mir einen Stream-PC baue, ob das ein AMD, ein Intel, ein Mac-Gerät oder, oder eine Encoder-Box oder sowas ist, ne? Also am Ende ist mir das relativ egal, wer oder wie das Signal encoded wird, solange es gut funktioniert und möglichst störungsfrei ist. Ich bin da genau wie du, ich hab Bock, das einzuschalten, das muss laufen. Ja. Wenn dann irgendwas nicht geht oder der Sound kommt nicht an, das Schlimmste ist, du fängst an zu streamen und du hast nicht gemerkt, dass du gemutet bist und du kannst dich aber nicht entmuten, weil das Gerät einfach nicht mehr da ist. Ja. Ja. Also der Klassiker bei Windows ist bei größeren Updates, dass das dann einfach OBS, die Audio-Geräte, die du eingestellt hast, nicht mehr kennt, weil die neu zugeordnet wurden und dann unter dem gleichen Namen oder mit dem gleichen Namen und zwei dahinter oder sowas halt irgendwie erscheinen und dann musst du sie halt nochmal neu einstellen und wenn das nur das ist, okay, scheiß drauf, kann mal passieren, aber wenn es dann immer noch nicht geht, so wie jetzt bei dir mit deinen ASIO-Treiber, ne? Herzlichen Glückwunsch. Ja, liebe ich auch. Mein neuer Liebling ist, die Kamera funktioniert, die oben hängende Kamera funktioniert, aber die Kamera am Streaming-PC funktioniert nicht, weil PCI-Lanes irgendwie nicht vernünftig vergeben wurden und die Kamera sagt dann einfach, wir haben kein Signal. Und dann kannst du so oft neu starten, wie du willst, kein Signal. Scheiß, den Rechner neu, alles geht wieder. Aber ich letztens habe ich im Stream gestartet, alles läuft, setz mich rüber. Oh, Chad, ich glaube, ich muss nochmal ganz kurz den Computer neu starten. Ich bin gleich wieder da, ich habe keine Kamera. Kannst du machen, was du willst. Und das, obwohl man so viel Kohle für den ganzen Scheiß schon hingeblättert hat und will so ein störungsfreies System. Ja, Windows macht's möglich. Also ich bin wirklich, Windows-technisch bin ich dieses Jahr echt sauer gewesen. Weil ich bin wirklich sehr sauer gewesen dieses Jahr und auch immer noch. Und ich bin so frustriert, dass ich die Scheiße einfach komplett ausgemacht habe. Ich entscheide, wann, aber... Was hält dich jetzt noch davon ab, auf Mac, Macintosh oder Hackintosh zu gehen? Naja, das Geld. Aber technisch gesehen gibt's da keine Einschränkungen mit ASIO-Treibern oder ähnlichem? Doch. Mein Mischpult würde nicht funktionieren. Also USB. Also USB-Verbindung. Aber die USB-Verbindung brauche ich ja eh nicht, weil die nach da hinten geht. Also die kann ich eh nicht benutzen. Aber in der Theorie, warte kurz, sage ich dir, Alex, warte. Ich gucke. Erwartet? Ja. Ach, jetzt hast du mir einen Preis, oder? Jetzt sage ich dir einen Preis, ja. Ja, was hält dich denn davon ab? Ja, ungefähr so und so viel tausend Euro. Warte, sage ich dir, Alex, warte. Aha, haben wir gleich. Um das nochmal anzusprechen, also die 3080 Ti kaufst du dann für um die 1200 Euro, weil das ja der Release-Preis ist von der Founder Edition. Und für die 2080 Ti bekommst du gerade je nachdem, wie und wo du es verkaufst und abzüglich von Gebühren, zum Beispiel eBay etc., so wie ich es gemacht habe, kriegst du dafür um die 1000 bis 1100 oder auch nur 900 Euro, je nach Zustand und was es für eine Karte ist und so weiter. Also kann man sich da selber ausrechnen, dass man so eine Differenz von ungefähr 300, 250 Euro halt hat. Und das kann man, das kann man sich natürlich selber überlegen, ob bei einem das das wert ist. Ich habe mir jetzt gedacht, bei meiner 2080 Ti, ich habe die benutzt und habe die schon ordentlich geritten. Dann habe ich sie an zwei Streamer-Kollegen ausgeliehen, die einen Defekt und die einen Ausfall hatten. Und jetzt sehe ich das Fenster, dass es noch da ist und es wird nächstes Jahr auch noch da sein. Aber jetzt habe ich das Fenster gesehen, ein Upgrade für einen kleinen Preis zu machen und das war für mich so meine persönliche Rechtfertigung, das zu tun. Es ist nicht so, dass ich die Karte brauche, aber ich hätte gerne in diesem Rechner eine Kiste drin, mit der wir ein bisschen was machen können, mit der wir ein bisschen was reißen können. Das heißt, da kommt auch noch eine andere CPU rein. Da ist jetzt ein 2700X drin, der ja schon gut ist, aber ich denke mal, da kommt ein vielleicht ein 3800X rein oder irgendwie sowas. Ich weiß noch nicht genau. Das werden wir noch mal besprechen die nächsten Tage. Man kann sich alles schönreden, Alex. Alles. Wirklich alles kann man sich schönreden. Ja. Es würde übrigens 7199 Euro kosten. Für was? 7100? Naja, man müsste sich halt, leider Gottes, müsste man sich ein Mac Pro kaufen. Mhm. Weil du brauchst ja die PCI-Steckplätze. So. Mhm. Weil Hackintosh, sag ich dir so, wie es ist, ist auf Dauer nice, aber ein Pain in the Ass. Also es ist immer noch ein Pain in the Ass und es wird, denke ich, auch immer mehr noch ein Pain in the Ass werden. 7000. Ja, und das ist aber noch der andere, der hat noch kein M1 drin. Da ist noch eine Intel CPU drin. Qualifizierter Kommentar aus meinem Chat. Man möchte unbedingt auf die M1 Mac Minis warten. Ja, aber damit kannst du kein Stream PC machen. Freundin der Sonne. Im Mac Mini hast du, kannst du nur Sachen per USB anschließen. Das heißt, du kannst damit zwar super encoden und das Ding ist auch super und funktioniert auch alles toll, aber du kannst halt nicht die, ich weiß nicht, du hast bestimmt vier PCI-Steckkarten, die du einbauen musst. Fünf. Fünf, okay, fünf. Das geht nicht, ne? 7000 Euro. Nee, nee, bei aller, nein. Und das ist auch noch der kleinste, ne? Also den habe ich jetzt nicht auf voller SFOL konfiguriert. Der kostet 7000 Euro, ja. 7199. Das ist mal ein Donation-Goal für den Januar, wa? Also ganz ehrlich, für einen M1, ja du, wenn ich wüsste, wenn ich wüsste, was hier diese Probleme sind, dann würde ich sie beheben. Das ist genauso wie das Flackern meines Monitors. Ich habe das Displayport-Kabel gewechselt, habe den Displayport habe ich gewechselt, es flackert immer noch. Ich glaube, ich kann dir das nicht sagen, Alex, ob die Grafikkarte kaputt ist oder so, ich weiß es nicht. Aber dadurch, dass der andere Displayport das auch macht, wird es wahrscheinlich ein Grafikkartentreiber sein oder I don't know, also ich gehe davon aus, dass es halt softwarebedingt ist. Weil jetzt habe ich den ganzen Tag, habe ich noch gar nichts. Gestern ist er komplett ausgerastet. Ich habe keine Ahnung, du. Ich habe dieses Jahr Probleme, dass, I don't even know. Ich wünsche dir, dass du das in den Griff kriegst, wirklich. Aber, also solche Sachen, da hat keiner Spaß dran. Es ist genauso wie Fehler zu finden, die dann am Ende das Mainboard sind oder irgendwie ein Riegelarbeitsspeicher und nimmst du raus, alle Probleme weg, so oder so ein Quatsch. Aber bei dir, also wenn ich raten müsste, ich habe ja meine letzte AMD-Grafikkarte, das ist schon bestimmt 15 Jahre her, ja, vielleicht war das damals sogar noch eine Artie, ich weiß es nicht. Also, ja, ich bin da in der Materie nicht drin, aber vielleicht hast du in der Konstellation eine so seltene Fehlerkonfiguration oder ein so seltenes Ding, das nur bei dir und unter ganz bestimmten Einstellungen quasi dieses Flackern oder dieses Ausfälle verursacht. I don't know. Ich würde es mal mit einer anderen Karte ausprobieren. Ich habe nur keine hier. Ja, ich weiß. Nein, ich will mir deine 3080 Ti nicht ausleihen. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Freue ich nicht. Nee, nee. Es ist ja auch, also die großen Dinge sind ja behoben so, also das Problem ist nur, ich möchte halt gerade auch nicht wirklich, also normalerweise würde es mich nicht stören, wenn jetzt nicht Corona wäre und wir regelmäßig auf Messen wären und so, hätte ich mir schon, hätte ich schon ein paar Sachen geholt, aber ich möchte das halt, ich möchte den Schwaben machen und die Probleme einfach so versuchen zu lösen. Aber normalerweise, also wenn ich, also wirklich normalerweise, würde ich mir, hätte ich schon drei Nvidia Grafikkarten drin. Und ich liebe AMD und ich bin wirklich über jede Zusammenarbeit mit AMD, die feiere ich, aber Grafikkarten und deren Treiber ist für mich absolut wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nur Probleme mit. Seitdem ich die habe, nur Probleme. In meinem Chat stand gerade noch zu dem, zu einem Apple, Apple Sponsoring Anfrage, gibt schlimmere Partner. Ich weiß nicht, wie das bei, bei anderer Hardware ist, aber es gibt anscheinend in Deutschland nicht mal, nicht mal wirklich viele Menschen, die Handys von Apple direkt gestellt bekommen. Also so alles, was man so sieht bei YouTube oder sowas, da stecken dann, steckt nicht Apple dahinter, die diese Testgeräte dann alle rausschicken, sondern irgendwelche anderen Firmen, wie die Mobilfunkprovider und wie sie alle heißen, die das dann rausgeben oder irgendwelche Shops die dann. Apple macht das gar nicht, haben sie einfach nicht nötig. Nee, wollte ich gerade sagen, wofür dann auch. Also dann ist das hier dieses Rebrand Skin Dingsbums oder so, die dann was rausschicken, aber Apple verschickt nicht. Da kommst du auch gar nicht ran. Ey, bevor du mit einer Firma wie Sony zusammenarbeiten kannst, ich würde ja auch gerne mit Sony zusammenarbeiten wegen den Kameras und so, aber da kommst du gar nicht ran. Die brauchen das auch gar nicht mehr. Denen ist das wirklich, glaube ich, egal. Es gibt ja auch, was dieses professionelle Umfeld angeht oder allgemein dieses Umfeld angeht, es gibt ja nicht so viele Hersteller. Ich könnte sie jetzt nicht mal alle nennen, Panasonic. Für was? Für Kameras. Sony, Panasonic, Canon, Kodak, gibt es Kodak noch? Machen die eigene Kameras? Kodak hat früher Filme gemacht. Ja, Filme, ja. Ich glaube, kleine Kameras gab es auch. Nikon nicht zu vergessen. Nikon? Nikon, natürlich. Fuji? Fuji? Was ich sagen will, es gibt da eine gewisse Nische, aber irgendwie scheint auch keiner von diesen Firmen mal sowas wie eine perfekte V-Log-Kamera rauszubringen. Doch, Sony. Ja, Sony hat diese RX100 da rausgemacht zum Beispiel. Sony hat doch schon wieder eine neue ZV-1, meinst du die? Die A74. Was kostet die? Keine Ahnung, 2,5, 2,6, 2,7? Ja, das ist doch keine V-Log-Kamera. Das ist, denn eine V-Log-Kamera ist klar. Ey Alex, pass mal auf, also Entschuldigung, aber mein guter, lieber Alex, dein V-Log-Ding, was da oben an der Decke hängt, die sich Leica nennt, das benutzt kein Schwanz mehr zum V-Loggen. Also, du hast die Oma der Decke hängen, ne? Ja. Aber jetzt mal unter uns, seitdem Casey Neistat das Vlog-Game mal ein bisschen geabt hat, kein Mensch macht so mehr Vlogs. Und wenn du das machst, kannst du dich eigentlich schon löschen gehen. Grundsätzlich ist es egal, ob du deine Videos erstmal nur mit dem Handy aufnimmst, wenn du interessanten Content hast, haben wir schon mal drüber geredet, wenn dein Content oder deine Persönlichkeit so ist, dass die Leute dich sehen wollen, dann gucken sie auch mit fünf Jahren, doch, da man, Alex, es tut mir wirklich leid, aber das Vlog-Game ist seit Casey Neistat ein anderes. Das will kein, also kein Schwanz will sehen, wie du durch die Straße läufst mit deinem Handy in der Hand. Kein Mensch, nein. Also als Daily Vlogger musst du halt richtig abliefern mittlerweile. Und da kannst du so viel Personality haben, wie du willst, das guckt dir Toro an. Was vergleichen wir denn jetzt Äpfel mit fucking Böhren? Also wie kommst du gerade auf Toro? Weil das jemand im Chat geschrieben hat, aber was tut das eine zum anderen zur Sache? Seitdem Casey Neistat Vlogs gemacht hat, kannst du mit solchen Videos keinen mehr abholen. Du wirst wahrscheinlich den Vereinzelten haben, den XQC, der sich entscheidet, mit seinem Handy ein Video zu machen, aber der holt seine Reichweite woanders her und deswegen gucken sie sich das an, aber kein Mensch guckt sich mehr solche Vlogs an. Keiner. Weil das Game ist auf so einem unfassbar kranken Level angekommen, dass Menschen mit 1. Klasse Flugzeuge irgendwo hindonnern, nur um ein geiles Video zu machen und dann aber auch fast mit einer ganzen Filmcrew unterwegs sind. Also das Vlog-Game besteht nicht mehr aus deiner kleinen RX100. Nee. Der Jam ist vorbei. Das Vlog-Game geht sogar dahin, dass du einen Kameramann hast. Das ist mir bewusst, dass es in die Richtung geht, ja. Also ich denke, der Markt ist halt auch einfach überhaupt nicht gegeben für solche Kameras. Da haben wir beide, oder ich zumindest, zu wenig Übersicht darüber. Das ist mir am Ende des Tages auch relativ scheißegal. Wir haben früher das Problem gehabt, dass es halt nicht die perfekten Kameras gab. Zu wenig Bildstabilisierung, hatten nicht die Möglichkeit, ein Mikro anzuschließen, nicht dies, nicht das. Konnten nicht länger als eine Viertelstunde am Stück aufnehmen in einer höheren Qualität und so weiter und so. Und das können die ja mittlerweile gut. Also viele, nicht alle, aber viele anscheinend. Und ich bin da auch ehrlich gesagt überhaupt nicht drin. Ist mir auch scheißegal. Ist mir vollkommen scheißegal. Aber am Ende des Tages, das, was wir hier machen mit unseren Camps beim Streaming, wir misshandeln diese Kameras ja auch die ganze Zeit. Wir benutzen Kameras, die nicht dafür ausgelegt sind, greifen das Signal per HDMI ab, weil es halt geht, weil es funktioniert so und die Nutznießer sind am Ende des Tages natürlich wir, weil wir halt eben keine paar tausend Euro oder viele von unseren Kameras sind halt eben keine mehrere tausend Euro Kameras, ja. Von manchen von uns ja schon. Wie? Nee, bei mir auch nicht. Warum guckst du mich so an und lächelst mich an? Ja, Moment. Hängt der nicht hinter dir am, 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 deinem Racing Rig da so ein... Nee. Nicht mehr? Nee, hab ich meine Handykamera hingehängt. Ach so, das muss ich mir bei dir mal angucken. Nee, hab ich nicht. Natürlich nicht. Nein, hab ich nicht. Ich bin ein Sparfuchs gerade. Also ja, hängt noch da. Ach so. Ich wollte eigentlich nur davon ablenken. Okay, verstehe, verstehe. schon mal die Insta360 Kamera angeschaut. Ja, aber das sind mehr so Spaßkameras. Das sind jetzt von dem, von der Qualität, die du da am Ende dann rausholen kannst. Ich weiß gar nicht, ob man die Insta360 per HDMI abgreifen kann oder das Signal in irgendeiner Art und Weise live abgreifen kannst, ohne dass, dass du eine Verzögerung mit dabei hast. Also, wenn ich sage, Spaßkamera... Bitte? Das wäre fake. Neue Deckencam. Einfach in der Mitte an der Decke. Entschuldigung, dass ich in der Bauchanverzögerung... Ja, das wäre schon cool. Dann machst du aber einen auf Monte, ne? Mit seinen, mit seinen, äh, 360 Grad Kameras. Nee, aber einfach so in der Decke hängen und dann hast du 360, ja, ist doch geil. Es gibt, es gibt USB Kameras, ähm, wie die heißen, ähm, ich glaube, die heißen sogar OBS-Bot äh, oder ich weiß nicht, ich hab die, ich hab, ich müsste bei Amazon mal eben kurz gucken, da gab's vor ein paar Monaten mal wieder so ein Upgrade und auch eine neuere Version, auch kleinere Version davon. Die, äh, die kannst du einstellen, dass sie die automatisch tracken, also dass sie dir folgen und die Bildqualität ist nicht wie eine Sony Cam jetzt, ne? Muss man ein bisschen Abstriche machen, aber die ist schon ganz okay. Also, also die kommt auch nicht an die Qualität bei Monte ran, muss man auch nicht drüber reden, aber, äh, die, die sind, das sah schon ganz okay aus. Aber es ist eine USB-Kamera. Das, äh, fand ich dann nicht so geil. Heute brauchst du fast eine Red und zwei Kameramänner. Kameramenschen. Dade? Menschen? Ja, der ist schon, also du kannst schon viel machen mit, mit wenig Geld. Also ich sag mal auch, die Einsteiger-Sonys, die sind ja, also ich sag das jetzt, weil ich Sony-Nutzer bin, natürlich gibt's auch andere Kameras, die das auch alles können. So, du kannst mit dem iPhone, kannst du auch mittlerweile unfassbar krasse, äh, Geschichten machen. Ähm, wie gesagt, aber das Game, wir befinden uns halt qualitätsmäßig schon auf einem ganz anderen Level mittlerweile. Natürlich kannst du immer alles ohne machen, aber ich glaube nicht bei YouTube. So, bei Twitch ist es, spielt's keine Rolle, aber ich denke, dass sich keiner mehr unter, sag ich mal, Full-HD gerne Vlogs angucken wollen würde. Also selbst die kleinsten Vlogger haben schon so krasse, krasse Kameras und Equipment, weil der Standard seit Casey einfach so hoch ist. Niemand ist früher vor, ich weiß gar nicht, wann war das mit Casey, vor vier oder fünf Jahren, niemand ist mit in der Spiegelreflex losgefahren auf dem, auf dem Gorillapod so. Keiner. Ja, nur die wenigsten. Nee, keiner. Keiner hat das damals irgendwie in der Form betrieben, bis Casey halt komplett reingedonnert ist da und, äh, mit drei Kameras unterwegs war. So, und seitdem siehst du von Drohnen-Shots bis, äh, bis Timelapses, bis ganze Storytelling, so dieses ganze Spiel, also ich sag mal, so ein 15-Minuten-Vlog mittlerweile ist ja wirklich schon deine Daily-Episode von einer Serie, sag ich mal. Und das ist ja, also das ist ja, seitdem her wurde das ja extrem verändert. Also gerade auch das Video, äh, dieses Blogging, die Blogging-Geschichte. Und da brauchst du halt echt nicht mit so einer, da brauchst du mit einer Legere ja nicht ankommen. Ja, mit einer Legere sowieso nicht mehr. Also wenn man sich das mal angeschaut, was man früher so als richtig geile Qualität angesehen hat, und was da aus der Legere rauskam, das ist, das ist schon gealtert, gar keine Frage. Die Legere hat immer noch ein ganz gutes Mikrofon, finde ich, also dafür, dass es so ein fest verbautes Teil ist. Und, ähm, ich stehe nach wie vor auf das Fischei-Ding, aber du hast halt null Bildstabilisierung. Bildstabilisierung hat die Kamera zwar auch, aber nur, wenn man den Zoom benutzt, weil das ist quasi die, das Original-Kamera-Bild ohne das Fischei, ne? Aber wirklich gut ist das auch nicht. Also das ist auch nicht gut. Ja, also von diese... Aber das hat, Unge ja damals da so reingeballert, ne? Mit der Legere Mini X, so. Man mussten, auf einmal, auf einmal hatte ganz YouTube-Deutschland diese Scheiß-Kamera. Ich auch. Ja, aber sie war ja auch damals für den, äh, für den Moment war sie ja auch einfach mega geil. Ja. Guck mal, wenn du jetzt beispielsweise bei den Vlogger-Cams gab's die Canon, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die du so umklappen kannst, mit dem Display war der Shit. Dann hat ja, guck mal, die 5100 zum Beispiel, die ist ja heute noch die mit meistgefragteste Kamera auf Twitch. Weil wir die alle benutzen und der Nachfolger ist die 6.000. Ich hab, die 6.000 hab ich keine Erfahrung damit, aber die scheint ja auch ein ähnliche Feature zu haben, Ja, hab ich ja auch schon dreimal hier, ist auch gut. Also, okay. Also, ja, das sind halt die Standards, die du irgendwann setzt und ich sag mal so, das kann sich natürlich nicht jeder, äh, das kann sich natürlich nicht jeder, äh, sag ich mal, leisten, aber der Standard ist halt da so und der geht immer höher. So, ich sag mal, heute brauchst du mit einem 720p-Stream brauchst du auch nicht mehr um die Ecke kommen. Da kann deine Persönlichkeit noch so geil sein, wenn Leute sich das angucken und sagen, okay, das tut mir leid, aber das ist schon ein bisschen kritisch. Das finde ich zum Beispiel bei Twitch komplett anders. Wenn du anfängst zu streamen, spielt es keine Rolle, ob du 1080p hast oder 720p. Du kannst, du kannst einen Stream auf 1080p oder meinetwegen auch in 4K haben und wenn, wenn dein Content in Anführungszeichen langweilig ist, damit meine ich, dass, dass der halt keinen hinterm Ofen hervorlockt, weil du einfach nichts bietest, was, was nicht unique ist, so, du musst halt, wenn du heute was landen willst, musst du entweder einen richtigen Zeitpunkt haben, um zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein oder du musst halt wirklich so unique sein, dass du anderen Leuten auffällst, die dich dann weiter transportieren und das ist, passiert quasi gar nicht. Aber dann ist es auch erstmal egal, was für eine, ob du in 720p streamst oder nicht. Ich meine, auch mit dem, ja, ich meine mit dem 720p, dass du da nichts erkennst und das eigentlich nur Matsche ist, davon rede ich jetzt gerade. Du kannst natürlich 720p mit, mit 800, äh, mit 800 Kilo Bits reindonnern, 8000 meine ich und dann hast du auch ein vernünftiges Bild, aber mit Jauche Bild meine ich und verfickte Scheiße, Manu Rekord, wenn du mir jetzt noch einmal sagst, dass Toro der Vorzeigestreamer Nummer 1 ist, nee, Ruhe jetzt. Der kriegt den ganzen Zeit den Arsch abgewischt von Leuten und alles gemacht und getan verfickte Scheiße. Okay? Der war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und der hat auch schon genug Kohle ausgegeben dafür. Verdammt noch 1. Manu! Aber jetzt mal unabhängig davon, ist Toro natürlich auch ein super Beispiel für extrem unik zu sein. Natürlich, klar. Wie du gerade gesagt hast, ich glaube, durch die Rust-Server hat er so dann den großen Push gekriegt, ne? Ja, genau. Genau. Er war dann auf den Rust-Server und hatte da mit der richtigen Idee, mit dem richtigen, mit dem richtigen, mit dem richtigen Ansatz ist er da mit reingegrätscht, so. Und ja, die einen feiern es, die anderen können es nicht hören. Das ist so wie Milchbaum auch, ne? Weil bei Milchbaum, der eine sagt, geht gar nicht und der nächste sagt, boah, voll lustig, ne? Entschuldigung, ich bin mit Sonja zusammen, also können wir das jetzt mal bitte lassen? Kannst du mal bitte nichts auf meiner Freundin rummachen? Ich finde, also ich habe nichts Negatives über Milchbaum gesagt, jetzt entschuldige dich mal bitte. Ja, besser ist auch, sonst kann ich schon rüber und ziehe dir mal die Nase lang. Ich bin nämlich seit gestern liiert mit Sonja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde das sehr... Nochmal, danke für das Dreimalhersegnung. Gerne. Ne, ich finde, das Konzept, was sie fährt, finde ich hervorragend, finde das super. So, ich kann mir das auch nicht lange anhören, also ganz ehrlich, ich kann das, ich ertrage das nicht lange, aber ich finde das super. Ich feiere die Frau voll. Ich feiere die. Vor allem, dass sie das auch so lange durchzieht. Naja, kommen vier Stunden am Tag und dann irgendwie zwei oder dreimal die Woche, also come on. Und den Rest der Woche, den Rest der Woche ist irgendwo in Portugal und macht schöne Selfies, weißt du? Und mich nimmt sie nicht mal mit. Also, come on. Ich muss hier sieben Tage die Woche muss ich ballern, damit ich gerade so über tausend Subs habe, weißt du? Und die schreit, die blöde Olle, die schreit da dreimal die Woche ins Mikrofon für vier Stunden und kriegt einen Arsch gebrudert, weißt du? Und dann kriege ich nicht mal was ab. Die lädt mich nicht mal auf den Portugal-Urlaub ein. Aber Hauptsache, ey, Dizzy, lass mal ein geiler Ficker sein, ihr wisst, und jetzt sind wir jetzt... Naja. Lassen wir das. Leider? Mit N. Leider. Ich bin der Leider meiner Freund... Was? 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 Excuse me? Naja. Okay, lassen wir das mal im Raum stehen. Ich habe noch nie darauf geachtet, welcher Streamer wie lange online ist und es gibt... Also es gab mal ein Video von irgendwas Funk-mäßiges. Da sind mehrere... War das denn? War das dieses Format, bei dem die... Das ist nicht Funk. Bei dem die so... Nee, ist egal. Ich kriege das gerade nicht zusammen. Ist egal. Da waren ein paar deutschsprachige Streamer mit dabei und einer von denen ist wirklich nur zweimal die Woche live und auch immer nur so für zwei Stunden. So irgendwie. Und der hat trotzdem vierstellige Subzahlen. Jedes Mal. Da denkst du halt auch so, Moment mal, was? Ja, wahrscheinlich irgendwie YouTube oder Instagram noch oder so. Ja, Insta, irgendwie sowas auch noch mit dabei, ja. Naja, irgendwo muss das ja herkommen. Nee, also, was ich sagen will, es gibt halt gravierende Unterschiede. Es gibt dann halt so ganz viele Kanäle, die quasi fast 24-7 online sind, also jeden Tag oder fünf Tage, sechs Tage die Woche, ja. Und dann gibt es halt natürlich auch Ausnahmen, die deutlich weniger Streamzeit halt irgendwie haben und trotzdem auf ihre Zahlen kommen oder super populär sind, ne? Und das ist ja auch gerade interessant. Du musst ja nicht wenn du deine eigene Userbase hast, du musst ja nicht permanent 24-7 zur Verfügung stehen. Dieses sich etwas rar machen kann ja auch das Gegenteil bewirken, dass man sich mehr auch wieder Zeit nimmt und extra bei dir einschaltet, weil du willst ja nichts verpassen, so, ne? Also seitdem ich nicht mehr so viel streame, wie früher, habe ich auch so das Gefühl, ähm, dass das mehr bringt. Aber ganz ehrlich, ich sag's, mit dem ganzen Shit, den du nebenbei noch machen musst, also ich hab keine Ahnung, wie ich das die Jahre mal davor gemacht hab, also ich weiß schon, warum ich regelmäßig so salzig war. Weil sieben Tage die Woche online sein und dein Office-Shit machen, telefonieren, Sachen organisieren, wenn dir das keiner abnimmt, Junge, dann bist du einfach am Arsch, so. Du bist einfach irgendwann nur noch sauer und grumpy und gefrustet und deswegen, manchmal mach ich auch einfach nur vier Stunden und dann sag ich, ach, shit, ich bin nicht da. Oder ich fahr irgendwo hin und sag, ach, shit, morgen bin ich gar nicht da, ich mach morgen mal mein Ding. Bringt mir nur, also ich mach mich auch schon ein bisschen rar. Ja, Chat, habt ihr gehört, ne? Also, morgen hab ich ja eh meinen Bürotag. Wer weiß? Ich bin morgen übrigens online, ne? Falls ihr irgendwie bei mir dann irgendwo reingeholt. Einmal bei dem Herrn Designator hier reinschauen, ne? Ja. Wird morgen wieder Auto gefahren oder spielst du noch ein bisschen dieses neue, diesen neuen, effektiven Shooter? Den gibt's bei mir auf dem Stream nicht mehr. Das war heute auch nur zu, äh, ich wollte diesen Blumen kurz, äh, mal durchgehen, gucken, wie das so mit dem Schießen ist. Aber leider war das Spiel schon wieder so kacke und nicht überzeugend, dass ich mich auf andere Sachen fokussiere. Ich hab's nicht mal hingekriegt, das eigentliche Thema, weswegen ich das angemacht hab, zu verfolgen. Naja, wie's halt so ist, na. Ja, 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 ja. Ne, morgen, äh, ich weiß gar nicht, was morgen ist. Ich glaub, morgen ist, äh, morgen werden wir ein bisschen Auto reinfahren, denke ich, ja. Okay. Ja, du hast sicher den Stromausfall vorgetäuscht. Am Montag? Ja, am Montag hatte ich Stromausfall. Aber nee, hab ich nicht vorgetäuscht. Ich hatte am Montag wirklich Stromausfall. Ja. Stromausfall ist auch so, so ein Ding. Wir hatten, wir hatten letztes Jahr mal einen Stromausfall und gleichzeitig war Mobilfunk, äh, und Internet weg. Also Internet, klar, äh, wenn dein, wenn dein Router keinen Strom kriegt, kannst du den natürlich mit Powerbanks irgendwie hochfahren, ne, äh, das geht schon, aber, ähm, also über Glasfaser sollte ja trotzdem immer irgendwie, äh, ähm, ein Signal anliegen, aber ich hab mir da nie Gedanken drüber gemacht, dass ich mal sowas wie eine Notstrom, ähm, Powerbank bräuchte, mit der ich den Router irgendwie betreiben kann, damit ich wenigstens mit meinen Handys noch oder mit den drahtlosen Geräten noch online bin, so, ne, ähm, das nicht. Aber das Krasse war, dass halt das D-Netz komplett weg war, so, und ich, ich hab keine andere Verbindung bekommen hier bei mir, ich wohne auch ein bisschen, ein bisschen ländlicher, sagen wir es mal so. Ja. Und, äh, meine Freundin hat, äh, hat quasi auch den ähnlichen Provider, aber eben Second Level und die kriegte dann von einem anderen Mobilfunkmasten, der keinen Stromausfall hatte, der noch weiter weg war, immer noch ein Signal rein. So, das war schon, das war schon sehr ernüchternd, aber dann machst du halt, was du machst, ne, du machst halt alles aus, siehst zu, dass du nicht den Kühlschrank aufmachst, Strom ist hier, äh, in den westlichen Gebieten ja sowieso, äh, immer recht schnell wiederhergestellt, so, ne, hat ja immer eine Top-Priorität. Ins Auto gesetzt, weggefahren, weiß ich, zwei, drei Stunden später wiedergekommen und dann ging wieder alles, ne, so, scheißegal. Ich hatte, weiß gar nicht, ich glaub, fünf Stunden oder sechs Stunden keinen Strom, aber ist auch alles easy. Fühlt sich trof an, ne? Nö, warum? Ich, ja, ich, ich fühl mich dann auch immer so ein bisschen hilflos, wenn ich ehrlich bin. Ich hab so viele Powerbanks, IRL-Rucksack-Modem, das Einzige, was von mir nicht geht, ist Licht. Das war's. Aber jetzt stell dir mal, jetzt stell dir mal vor, ach so, du meinst jetzt zu Hause bleiben, ein bisschen quatschen und so weiter, ne? Wie? Okay. Mit deinem IRL-Backpack. Ach so, du meinst deswegen? Ach, da mach ich mir gar keine Sorgen. Wenn Strom weg ist, sag ich, chat, ich bin nicht da, Strom ist ausgefallen und wenn es zappt, zappt, dann leh ich mir ins Bett und guck mir einen blöden Film an, wenn ich es meine. Nämlich Zeit für mich oder ich weiß nicht, was der Geil war. Man macht Babys, hab ich gehört, aber Sonja war nicht da. Ah, verdammt. Ist ja auch schon ein bisschen her, ne? Du hast gesagt, das ist ganz frisch. Ja. Ja. Also ich find, Stromausfall ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Witzig ist aber, jetzt hier in der neuen Woge, ich hab kein warmes Wasser und ich hab auch keine Heizung, wenn der Strom ausfällt. Das ist wild. Eine Heizung läuft über Strom? Ja, es ist Fußbodenheizung. Ist das gewöhnlich bei Fußbodenheizungen Strom, dass es über Strom läuft? Ich glaub schon, ja. Nein, ach Quatsch. Das sind doch auch nur so eine Heizdinger, die hier durchgehen und da kannst du auch mit Strom heizen. Klar, warum nicht? Also bei meinem Vater als das Haus gebaut wurde in den 80ern, ja, da bin ich ja als kleiner Dötz da auch drum rumgelaufen und da wurden Schläuche gelegt. Das war Wasser, was da durchlief und das wurde, das wurde dann quasi über die normale Heizung gespeist, also über die Ölheizung oder die haben, die haben so eine Kombi-Geschichte damals gehabt, die haben Ölheizung und so einen Holzofen im Keller gehabt. Da läuft Wasser durch. Naja, das muss ja auch geheizt werden. Wenn da kein Strom ist, ist es auch vorbei. Ja, ja, klar. Also das ist nicht Strom, okay, okay, my bad, my bad, läuft dann Wasser durch, dies, das, die Pumpe geht nicht auf jeden Fall, Strom tot, keine Heizung. Unsere beiden Chats funktionieren wieder, alles klar, danke. Danke, ja, wollte ich halt sagen, danke Chat für die Korrektur wirklich jetzt, weil mir ist so, als wenn hier irgendwelche Heizstäbe durchlaufen, fertig ist. Ich kenn das aber, ich hab schon mal eine Wohnung besichtigt und dann sagte mir die, Dame, die da gewohnt hat, so nebenbei, als der Vermieter nicht dabei war, so, das ist aber ja eine Elektroheizung, das wissen sie schon. Und ich so, wie eine Elektroheizung? Ja, das war dann sofort ein Totschlagkriterium. Ich will ja nicht über Elektroheizen. Also das, dass dann so zweite, also Second Level Sachen wie Pumpen und so weiter natürlich über Strom dann auch betrieben werden, das ist mir klar, aber überleg mal, du würdest komplett über Elektroheizen, ey. Boah. Keine Ahnung, ich heiz nicht so viel, ist mir egal. Aber warm Wasser gibt's halt auch nicht, weil Durchlaufer Hitsler auch da hat. Ja. 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 Ich hatte vor dem letzten Hardcast, der ja ausgefallen ist wegen mir, hatte mich jemand gefragt, wollt ihr nicht mal darüber sprechen, was YouTube machen würde, damit mehr Streamer zu YouTube gehen, anstatt auf Twitch zu bleiben und dort zu bleiben. Und ich hab dann nur so lapidar, so flapsig geantwortet, wie ich das immer ab und zu so mache. Ja nun, dann müssten erstmal auf Twitch einfach weniger Zuschauer da sein, oder? Oder siehst du jetzt eine Situation, in der du sagen würdest, ich bin hier fertig mit Twitch, ich geh rüber zu YouTube? Das dauert nicht mehr lange. Meinst du? It's coming. Information aus meinem Chat. In den meisten Ländern wird mit Strom geheizt. Ja gut, wenn ich in einem Land wohne, in dem es gefühlt sehr viele Monate im Jahr sehr warm ist und ich keine Heizung brauche und die Dinger nicht mal richtig isoliert sind, dann hab ich wahrscheinlich nur eine Elektroheizung, weil in case of hast du halt was. Aber ja gut. Ich bin übrigens seit, ja seit jetzt Sanitärspezialist. Dankeschön. Marcel? Danke, dass ich diesen Titel haben darf. Ich weiß es nicht, sorry Leute. Ich bin manchmal, ich kenne halt auch nicht alles. Aber, also ich denke, ich denke, das dauert nicht mehr so lange. Also ich hab so das Gefühl, wenn das so weitergeht, schafft Twitch dich auch irgendwie von alleine ab und dann wird Amazon das Abstoßen, das Baby und dann, ja. Oh, das wäre interessant. Also böse, aber interessant, ne? Überleg dir mal, wenn dann mal irgendwann so eine Mail rumgeht, okay, thanks for the fish, aber Twitch ist jetzt wieder frei, weißt du? Wir sind, 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 an irgendwie Tencent oder sowas. It's going to happen. Wait for it. Also erst mal wird ab Januar kickt sowieso erst mal die 20%erregel rein, dass wir weniger verdienen. Das wird erst mal ganz einigen Menschen sauer aufstoßen. Aber ganz unschuldig. Also auch Toro, by the way, Manu Rekord, ja, falls jetzt kommt, na, Toro wird das nicht sauer aufstoßen, der hat viele Subs. Toro auch. Und dann, von da an geht's weiter. Es wird, es wird wild. Also ich sehe es eigentlich schon kommen. Ich bin da jetzt nicht pessimistisch eingestellt, aber ich sehe es schon kommen, weil YouTube ist auch gerade dabei, ein bisschen mehr Zaster in die Hand zu nehmen, um die Big Boys sich rüberzuholen. Und ich sage mal so, videotechnisch, also Livestream-technisch in der Präsenz für Livestreams, ist YouTube jetzt noch nicht so der Burner? Also, ist nicht mehr so... Man hat noch nicht so dieses Community-Gefühl, der Chat und alles, das ist noch nicht so, das ist nicht so nice. Ja, aber man ist halt auch einfach so verwöhnt. Ich meine eher so mit der Präsenz vom Finden und so, aber die ganze Infrastruktur dahinter, die ist halt schon ein paar Jahre weiter vor als Twitch. Du hast nichts dagegen, warte mal, Stream auf YouTube vorbereiten. So, okay. Ha. Also, ich denke, also, ich sage mal so, ich würde jetzt, wenn sie ein schönes Angebot machen, würde ich auch übergehen. Aber bei mir ist das auch ganz einfach so, ich glaube, ich habe meine Zuschauer, muss ich ganz ehrlich sagen, jahrelang so eigenständig erzogen, dass ich echt sagen kann, was ich will und keiner folgt mir auf diesen bescheuerten Kanälen. Du hast das so bekloppt? Geht dir das auch so? Schaut mal auf meinem Twitter vorbei. Kein Schwanz macht irgendwas. Nichts, niemand. Gehst du zu Jen einmal in den Chat rein? Ey, du hast Dizzy, folgt mal Dizzy. Bam, 100 Follower. Dann denke ich mir so, hm, Chat, hm, YouTube genau dasselbe. Läuft ein Timer durch den Chat, oh, neues Video ist da auf dem Kanal, guckt doch mal einer hier. Hm, hm, meinst du nicht, das hängt auch ein bisschen was mit den Followern und der Zielgruppe zusammen so, wenn ich irgendwie sage, hey, ich mach jetzt mal ein bisschen mehr auf Insta, als Beispiel, Insta nutzt ja kaum keiner von uns. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber soziale Medien sind bei mir, also ich glaube, ich kann das, ich hab auch irgendwann aufgegeben, das zu sagen. Also wenn ich merke, dass 3000 Leute da sind, droppe ich das immer schon mal rein. Das ist genauso wie Twitch Prime irgendwann nicht mehr funktionieren. Das ist halt, wenn du... Das hab ich noch nie. Ich hab noch nie wirklich offensiv für dieses Twitch Prime Werbung gemacht. Doch, ich schon. Natürlich erzählt man das ab und zu. Ich weiß, das hab ich bei dir schon oft gesehen und ich find das ja auch gut. Das ist keine Kritik. Ich hab das noch nie irgendwie so super aktiv gemacht und weißt du, was komisch ist? Wenn mal jemand irgendwas in so eine Sub-Nachricht mit reinschreibt von wegen hier, mein Primer wäre da für dich oder sowas und ich das dann aufgreife und darüber spreche oder das sage so, hey, ja, Prime Sub, dies, das und so, dann kommen meistens auch ein paar nach und schieben dann nochmal ihren Prime Sub hinterher. Ach, gar nicht dran gedacht. Ich find das auch geiler, wenn man das dann gemeinsam mit Chat macht so. Also dann macht's halt auch ein bisschen mehr Spaß. Und ich sag mal, ein Zuschauer möchte ja auch zum Beispiel daran erinnert werden, dass er das benutzt. Also er vergisst so oder so. Ist wirklich so. Und das kannst du jetzt sagen, dass es schlimm ist oder nicht das Baten. Ich zum Beispiel mach's nicht gerne von selber, weil ich finde das immer so, ja, wie soll ich sagen, es ist halt wie fucking betteln so. Und ich sag mal, man hat ja auch ein bisschen so noch, weiß ich nicht, Würde, möchte ich sagen, Würde, Stolz oder was auch immer und sich da jedes Mal hinzusetzen und das so zu sagen, ist halt irgendwie ein bisschen, ach nee. Aus meinem Chat, stell euch mal eine Welt ohne Prime vor. Wir kommen aus einer Welt ohne Prime. Das hat vorher auch funktioniert. Wollte ich gerade sagen, wir haben auch vorher ohne Prime. Und ich sag dir eins, es hat sich, also ganz ehrlich, bevor Gifte Zaps da waren und bevor Prime da war, Manga, war es viel angenehmer, nervlich zu streamen, weil du absolut nicht so eine harte Fluktuation hattest. Ey, bei mir, bei mir ist das wirklich so, wenn ich 24 Stunden Rennen habe, da geht immer die Post ab und also, da hast du bestimmt pro Rennen, sag ich mal, zwischen 200 und 500 Zaps kommen da rum und, weil da ist halt immer Party, da geht immer die Post ab und dann hast du, jeden Monat ist das wieder weg und das hatte man vorher nicht. Ja, aber das hat ja auch ein bisschen was mit dieser emotionalen Geschichte zu tun, so ne, also wenn du als Streamer so eine emotionale Situation hervorrufst oder die gerade passiert, weil du, auf die du vielleicht keinen Einfluss hast, so ne, wenn der Chat sich verselbstständigt und einmal irgendwie jemand so einen Hype Train oder was auch immer so anstößt, so dann, dann geht das auch automatisch weiter, also nicht, man setzt das nicht voraus, aber das ist, das passiert ja häufig im Chat, so, da mach ich auch mit, zack, nochmal einen rein, so die Richtung und hast du das nicht oder du machst halt dein Content as usual oder sowas, dann bleibt das halt gerne mal aus, so ne, und das läuft ja dann auch, also keine Beschwerde. Ich denke, der gemeine Zuschauer möchte auch ein bisschen, man möchte, ich beschreibe das immer gerne so, er möchte, dass die Stripperin auch mal zu ihm kommt und mal den Arsch hinhält. Es ist einfach so. Es ist ein sehr harter Vergleich, aber es ist auch einfach so. Und ich sag mal, man kann sich jetzt vor dem Game wehren oder nicht, also ich sage mal, äh, ich sag mal, in Kombination mit Chat zusammen und das humorvoll zu machen, ist okay, aber ich selber würde es ja nicht machen. Aber um die Frage auch vorher zu sagen, was müsste YouTube machen, also wenn YouTube das ein bisschen angenehmer gestalten würde mit ihren Livestreams und der Erreichbarkeit, dann wäre das auch schon ein sehr starker Konkurrent. Und ich glaube auch, dass die im Hintergrund da wirklich schon dran sitzen. das Schöne, also YouTube und Twitch haben halt ein komplett unterschiedliches Erscheinungsbild, wie man einen Stream finden kann. Also Twitch hat ein Directory, das heißt, du kannst nach Spielen suchen, also in der Kategorie gehen, Escape from Tarkov, irgendwelche, äh, Forza, Horizon, was auch immer, die nach verschiedenen Spielen halt suchen und da durchklicken. und hat das Problem, dass sie, dass Twitch muss sich ja immer gefallen lassen, tut ja nichts für die kleinen Streamer und das ist egal, was Twitch probiert hat und ausprobiert hat auf ihrer Startseite oder hat die Sortierung anders gemacht oder was auch immer, nur die großen Kanäle profitieren davon. Und das kann man gut oder schlecht finden, aber das ist so die Realität. Und YouTube hat seit Jahren oder man könnte schon sogar sagen seit Jahrzehnten ein Empfehlungssystem. Und das ist basiert auf User Interaktion, Feedback und was YouTube von dir zu wissen glaubt und dir dann etwas empfiehlt, was gerade läuft. Und Live-Content ist halt extrem schwer zu indizieren. Live-Content hat einen Titel und ein Spiel im günstigsten Fall. Bei YouTube hat das das gar nicht. Bei YouTube gibt es keine Kategorie. Du gibst nicht an, was du spielst. Also glaube ich zumindest. Du hast nur einen Titel und einen Thumbnail, das war's. So, du bist online und ja, jetzt spielen wir das. Jetzt spielen wir das. Aber es ist egal, du musst nicht in eine Kategorie gehen. In der Kategorie gibt es Unterhaltung oder sonstiges, dergleichen. Ja, ja, okay. Ja, diese grundsätzlichen. Dann bist du halt in der Kategorie Gaming oder halt eben in der Quatsch-Geschichte so. Aber halt nicht vergleichbar mit Twitch, mit diesen Grundkategorien. Und durch dieses Empfehlungssystem, da gibt es eine Menge, Menge Beispiele davon, wie du halt, wenn du einmal in diesem YouTube-Game drin bist, auch in der Videokategorie, dass sich dann natürlich deine ganzen Zahlen, die du auch durch das Streaming hast und mit YouTube zusammen mit den Videos hast, dass du dich dann ergänzt und dass du dann davon profitierst. Aber hast natürlich einen riesen Nachteil, hat man zuletzt bei Unge gesehen. Wenn du mal einen Strike reingewirkt bekommst, dann gibt es bei YouTube auch ganz strikte Richtlinien, dass dann gesagt wird, ja, du verlierst jetzt einfach mal das Recht, eine Woche lang Videos hochzuladen oder live zu gehen. Ja, habe ich auch auf meinem Dings-Kanal gehabt. Ich habe letztens ein Video darauf geactet, fand YouTube nicht so schön, da habe ich sieben Tage Pause gemacht. auf meinem Watt-Kanal. Ja. Ja. So, und wenn du jetzt, sagen wir mal, davon abhängig bist und das dann dein Main-Income sozusagen ist, dann musst du entweder deinen Content viel, viel stärker filtern, im Sinne von überprüfen oder halt eben auf Nummer sicher gehen oder vielleicht mehrere Kanäle machen. Aber ich weiß gar nicht, wie es sich bei YouTube aktuell verhält, ob man als Individuum dann blockiert und gesperrt wird, wie es auf Twitch ist, oder ob nur der Kanal dann gesperrt wird. Ja, aber unterm Strich finde ich das YouTube-System auch super spannend, nur ich würde mich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht trauen, einfach so zu sagen, ich bin jetzt bei Twitch weg und ich gehe zu YouTube, weil ich ja auch vor einigen Jahren mal das Ganze mit anderen Plattformen gemacht habe, mit Hitbox, und ich weiß genau, wie lang sich so ein Wechsel zieht, bevor Menschen Bock haben, dir zu folgen und zu sagen, okay, dann bin ich jetzt abends halt nicht mehr auf Plattform 1, sondern auf Plattform 2, also dann bin ich jetzt bei YouTube zugucken, und die Auffindbarkeit von Streams ist über YouTube immer noch sehr schwierig, wie du vorhin schon gesagt hast. Davor habe ich auch ein bisschen Angst. Davor habe ich ein bisschen Angst, weil ich bewege, also ich habe eine sehr loyale Community, und die ist auch nicht so klein, bei mir ist aber einfach so das Ding, also ich sage mal, wenn ich jetzt nicht unbedingt Zuschauer hätte, die Familienväter wären, oder also Familienoberhäupte, sagen wir mal so, ob nur Mütter, Vater, klassische Rolle, und arbeiten gehen, und dass bei mir einfach so super viel, dass das so super viel untergeht manchmal, dann wäre mir das auch egal. Aber ich glaube, bei mir würden das ganz viele Leute gar nicht mitbekommen, oder denen wäre es egal, weil der Content jetzt nicht unbedingt sie, ja, oder die Persönlichkeit sie nicht so sehr an die Menschen binden. Also da habe ich mir auch echt schon lange Gedanken gemacht, aber ich glaube, wenn das so weit ist, also es ist do or die. Letzte Reserve aufbrauchen, schauen, was passiert, und dann tschüss. Ja, genau, genau. Also für den Fall, dass Twitch von heute Morgen die Forten dicht machen würde, hätten wir eh keine andere Wahl. Die Tencent-Nummer bei Dingensda, ich komme eigentlich auf den Namen, ist halt noch zu klein. Facebook haben wir keinen Bock drauf, alleine wegen Realnamen und dem ganzen Scheiß. Also würde man sowieso nur zu YouTube gehen, für den Fall das. Und abgesehen davon wird Twitch ja auch nicht einfach dicht gemacht, wie Mixer, sondern wahrscheinlich dann an jemanden verkauft. Also wenn Amazon da keinen Bock mehr drauf hat, wenn sie das Produkt Twitch abstoßen, dann wird ja irgendeine Firma das aufkaufen. Irgendwer wird das dann weiterführen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wer weiß. Und die ehemaligen Gründer, die haben ihr Geschäft sowieso schon gemacht. Spätestens als das an Amazon verkauft wurde, da sind aber richtig Taler geflossen. Ja, das stimmt. Trovo heißen die, genau. Danke. Trovo. Also bei Trovo habe ich das letzte Mal vor ein paar Wochen mal kurz reingeguckt und da steckt Tencent hinter und da kann man von ausgehen, dass da eine Menge Kohle hinter steckt und eine Menge Manpower und eine Menge Druck und eine Menge Energie, aber die sind halt noch nicht so weit. Ja. Und das ist egal. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke auch, dass... Wie soll ich das sagen? Ich denke auch, dass Twitch eine Menge Probleme mit sich rumschleppt, aber YouTube hat die auch. Also das ist nicht so, dass das Gras auf der anderen Seite ausschließlich grüner ist. Ja. Aber man, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, wenn ich, der früher viel mehr YouTube-Content hochgeladen hat, jetzt rüber gucke und denke so, hm, da kommt schon eine Menge bei rum, ne? Also das ergänzt sich ja schon ganz gut. Die Streams, die Videos, dies, das und so weiter, ne? Der eine oder andere, bei dem ich mal ab und zu reingucke, der streamt, der auch weiter seine Videos hochgeladen hat, da hat man schon manchmal ähnliche oder teilweise auch deutlich größere Zahlen bei YouTube stehen. Aber man darf halt nicht den Fehler machen, zu sagen, auf der einen Plattform sind 100 Zuschauer genauso viel wert wie auf der anderen Plattform. Ich glaube auch zu... Also ich weiß es nicht, aber ich denke, auf YouTube ist es irgendwie viel eher non-kommerziell von der Plattform an sich, weil man einfach gewohnt ist, dass ein Video da hochkommt und cool und auf Twitch, weil ist das schon seit vielen, vielen Jahren so gewesen, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, dass man spätestens, wenn man Subs verschenken konnte, dann auch in Anführungszeichen gerne mal, hier hast du mal fünf, ne? Hier, viel Spaß mit deinen fünf Subs und alle haben es gesehen. So, und ich glaube, das war auf YouTube auch nicht so... Ich weiß nicht, ob das da schon so angekommen ist. Ich meine, klar, es gibt die super Chat-Funktion und du kannst ein Member werden und so weiter, da kenne ich mich auch gar nicht mit aus. Ich weiß nicht, wie es da abgeht. Kann ich dich kurz unterbrechen? Ja. Lina, danke schön für deine Rate, wie da habt ihr Scheiße! Der Jungen Mann wollte gar nicht aufhören zu reden, aber ich möchte so höflich sein, weil ich hab dich immer geradet, tu doch nie und warst du eigentlich bestimmt übertrauglich, dass du noch nie raiden konntest? Hallo? Okay, weiter geht's, Entschuldigung. Ich hab mal eine Nachfrage. Wer hat dich da gerade geradet? Formula Lena. Formula Lena? Ja. Ich bedanke mich auch vielmals für den Teenagers, den ich jetzt, Dizzy, zu verdanken habe und natürlich in zweiter Linie auch dir. Dankeschön. Hast du eigentlich heute schon Wasser getrunken? Ja, ich bin schon fertig. Ich hab schon drei Flaschen drin. War? Okay, dann muss ich noch ein bisschen nach. Ich hab gestern eine Kürbissuppe gekocht, ne? Gepacken. Ich hab eine Kürbissuppe gebacken. Ja, erzähl mir mehr. Sehr lecker geworden. Ich kann die normalerweise besser, aber die ist echt, die ist noch richtig schön durchgezogen von gestern. Ja, ja. Ich hab nur versucht, gerade geschickt, das Thema abzulenken. Ja, ich hab schon drei Flaschen Wasser drin, du. Also, ich glaube, bis Weihnachten ist mein Ziel erreicht. Wenn das so weitergeht. Läuft, läuft, läuft. Ja. Ich wollte gerade sagen, also, meine Katzen sind das gewohnt. Das ist nicht so schlimm hier. Die sind das gewohnt. Hier ist es ab und zu mal ein bisschen lauter. Das ist nicht so wild. Wenn es nicht laut ist, machen sie Sorgen. Dann lecken sie mich immer an. Ja, dieses Anlecken. Wir haben jetzt hardware-technisch eigentlich gar nicht irgendwie großartig was auf dem Zettel gehabt, ne? Also, ich meine, ich könnte jetzt Hashtag Werbung machen, so. Hardware-technisch ist in unserer Welt auch nicht so viel passiert, ehrlich gesagt. Nee, also, so hardware-technisch ist echt nicht wirklich so viel passiert. Übrigens, Schwatter, Dankeschön für dein Prime. Die mehrkostenfreie Möglichkeit, Jim Panzer heute einmal zu unterstützen, weil der sich gerade eine 3080 Ti gekauft haben, das ziemlich teuer war und er bestimmt seinen Geldbeutel auf der Bank ausgleichen muss. Also, unterstütze doch deinen Lieblingsaffen aus dem Internet mit deinem Twitch-Prime. Also, check doch mal, ob du deinen Token frei hast und zimmer das da mal rein. Was? Meinst du diese 30 nicht gesponsert? Damit machst du alles kaputt. Alex, damit machst du alles kaputt. Was? Was? Doch, damit ärgerst du deine Zuschauer gerade, weil du nämlich schon drei davon hast. Nein, das stimmt gar nicht. Und jetzt kommen sie nämlich gleich zu mir und machen das bei mir, weil ich nämlich keine davon habe. Ja, dann wird es Zeit. Löse mal das Problem mit deinem flackernden Monitor. Jetzt mal ernsthaft. Schrei mal deinen Schnauzen, ich habe gerade kein Geld für die Scheibe, okay? Schadenabel. Das Problem ist ja nicht, das Geld, sondern auch an die Karte dran zu kommen. Außer, du bezahlst halt Mondpreise und da hat keiner von uns beiden Lust zu. Keiner. Okay, dann so. Guck dir auf seine Uhr. Ja. Das ist aber unhöflich. Warte, ich lasse mich eben auf mein Handy gucken. Entschuldigung, Entschuldigung, Alex, bist du bereit? Ich bin so, es ist so eine Gewohnheit, wenn es vibriert, einmal, guck mal, jetzt mal, schaust du? Ich bin das doch. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Schon mal daran gedacht, auch einen Sponsor oder so für den Hardcast zu holen, wenn wir Sponsormöglichkeiten auftun könnten, die sich auf dieses Format beschränken oder beziehen. Klar, warum nicht? Aber ich will das jetzt nicht schlecht reden. Ich will das jetzt wirklich nicht schlecht reden, aber ein Sponsor nur fürs Hardcast. Also, wir hätten ja schon eine Idee. Gerold Steiner, ja. Das ist ja hier die mittwochliche Gerold Steiner Runde. Ja, aber da hat sich ja noch nichts getan, ne? Ja, nee. Also, ich sage mal so, dieses Hardcast-Format finde ich sehr zwangfrei und sehr bewusst, sehr einfach gehalten und ohne Großvorbereitung und so weiter und ich finde, dass es auch ein zweiter Aspekt ist, dass man das auch komplett nicht durchstylt im Sinne von monetär oder so. Ich habe am Anfang nicht mal meine Sponsoring-Logos mit drin gehabt, habe es dann auch erst später hinzugefügt sozusagen. Ja, dies, das Ananas halt. Aber eine Sache fehlt mir noch, Alex. Also, da muss ich jetzt auch nach Episode 3? Sind wir Episode 3, Season 2, Episode 3? Ja. Ich vermisse, das ist so ein bisschen auf deinem YouTube-Kanal. Ja, ja, das verstehe ich. Das verstehe ich, ja. Können wir das Thema einfach, also dieses YouTube-Kanal-Hochleide-Thema einfach nochmal aufschieben? Ja, können wir gerne. Also, ich will auch da gar nicht mit dir stänkern oder so. Nee, nee. Ich vermisse das ein bisschen. Also, ich meine, wir sind auf jeglichen Plattformen mittlerweile, Podcast-Plattformen unterwegs, das hat Refunex für uns gemacht. Mega geil übrigens an der Stelle. Dankeschön, dass du uns zwei alten Pissköpfe das abnimmst. Wollte ich gerade sagen, kann man auch mal klatschen. Danke, gute Einwand. Aber jetzt fühlt er sich auch verarscht, ne? Warum? Nee, ich meine das ernst. Also, ich finde das wirklich geil, weil es halt ohne großen Mehraufwand jemand aus der Community macht und das wirklich sehr, sehr nett ist. Ja, das stimmt. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich kann einspringen. Ich habe eine Halbschwester und die ziehe ich immer so gerne so ein bisschen auf, aber ohne, ohne das, also ohne, also ohne böse Hintergedanken oder sowas, ne? Und bei der, wir hatten eine Nicht-Weihnachts-Familienfeier vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, weil das letztes Jahr ja aufgrund Corona und so weiter alles ausgefallen war und da war sie mit ihrem Freund da, die ziehen, also die bauen auch gerade ein Haus und so, das volle Programm, jetzt kriege ich ein paar Zusatzinformationen, die keiner von uns braucht und ich sage so zu ihm, also wieder so ein bisschen rugeflachst, ich sage zu ihm, sie nimmt das immer ernst und weiß gar nicht, wie ich das jetzt so meine und er so, ja, die fühlt sich immer komplett verarscht. Ziel erreicht. Ich glaube, dass es irgendwann, da hast du aber auch durchgespielt, wenn Leute dich einfach nicht mehr ernst nehmen können. Nicht lesen können, das ist das Ding. Nicht ernst nehmen ist mir egal oder hast du, okay, in manchen Situationen ist es nicht egal, aber nicht lesen können ist viel besser. Pokerface. Ich habe kein gutes Pokerface, aber bei manchen Leuten schon. Hier hat gerade jemand, Frank, ein Mod von mir, hat einen sehr schönen Einwand für ein tolles Format uns gegeben. Ich würde es spannend finden, wenn beide den gleichen Artikel bekommen und ich nach 14 Tagen jeder für sich bewerten müsste. Mit Artikel meinst du was? Irgendwas. Eine RTX 3090? Nee, aber irgendein Artikel. Was können wir denn da mal, also theoretisch können wir das ja eigentlich mal irgendwie machen. Oder? Ja, was Neues, was Technisches, was den Geldbeutel nicht zu sehr strapaziert oder was wir sowieso beide haben wollen. Müssen. Müssen vor allen Dingen? Mein Chat sagt, hat eine Haarbürste. Danke. Ich habe ja morgen einen Friseurtermin endlich. Mein Friseur hier bei mir um die Ecke hat ja zugemacht und jetzt bin ich bei so einem Salon und die haben keine Webseite. Google kennt nicht die Öffnungszeiten, aber Google hat so drei, vier Bewertungen und eine davon heißt Supersalon, wir gehen schon seit 15 Jahren dahin. Und ich rufe da an und kennst du das, wenn so eine ältere Dame so eine Stimme hat, als ob die ihr ganzes Leben lang so Whisky getrunken hätte. Ja. Ah ja, ist der Lage so und so. Und ich dachte so, oh Gott. Was ist denn? Und ich bin da morgen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, ich glaube, die Klientel und auch die Besitzer sind sehr alt. Ich glaube, die sind sehr alt. Okay. Und das ist okay. Das ist okay. Ich sage denen dasselbe, wie ich das eben im Friseur sage. Seiten so auf fünf, sechs Millimeter. Deinen Seitenschneidelscheitel sehr kurz und dann Vollgas. Mal gucken, was sie daraus macht. Ich war auch Montag beim Friseur. Aber du hast, was hast du denn machen lassen? Ich habe, äh, Dings hier, Haare. Ich habe oben, lasse ich gerade ein bisschen wachsen und so weiter. Ach so. Das habe ich noch nicht gesehen. Das Letzte, was ich mal gesehen habe, dass du ohne Cap rumgelaufen bist, da war das alles noch murmelig. Also komplett glatt? Nee, 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 nee. Ich habe jetzt Haare. Schick, schick. Was soll es denn werden? Oh, du, ich habe, ich, also, ganz ehrlich, aufgrund meiner körperlichen, äh, Situation, dass ich jetzt schmaler werde, äh, wäre ich mir, glaube ich, äh, die, die typische, äh, 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 rauf und dann mit Vollbart. Ich glaube, das steht dir. Weil ich glaube, ich kriege auch graue Haare. Aber du trägst auch 99% eine Cap. Nee, dann ja nicht. Also jetzt mittlerweile geht's, ist so eine gute, gute Mischung, aber, äh, das Ding hätte ich halt gerne. Weil ich habe nämlich letztens bei einem, äh, ich glaube, er ist, äh, er ist, glaube ich, äh, Nicht Toro? Er ist nicht Toro. Er ist nicht Toro, aber das ist der Schauspieler von, äh, oh, der heißt Olsen, Norweger ist er, glaube ich. Oh, und der sieht so geil aus. Der hat so halt die graue Haare und bei dem geht es halt rüber und dann trägt er halt Vollbart. Und ich feiere, ich habe das schon immer gefeiert, aber ich habe halt so ein volumiges, äh, Michelin-Männchen-Gesicht und, äh, Wenn du dir mal anguckst, gehabt, ja. Wenn du dir mal anguckst, wie du von einem, also, du sahst vor einem Jahr nicht schlecht aus, aber wenn du dich jetzt vergleichst mit vor einem Jahr und jetzt, man sieht wirklich einen Unterschied. Weil ich nicht? Doch, man sieht wirklich einen Unterschied. Und ich will das eben kurz nur los, wenn in meinem Chat steht, äh, wenn ich am Freitag, äh, mit einer Perücke auftauche. Nee, für Freitag hätte ich halt das hier. Ja, das wäre auch noch eine Option für mich. Nur, also, nur so. Darunter kannst du tragen, was du willst, ne? Ja. Das wird halt sehr warm. Kannst du laufen lassen, das Ding. Da kannst du laufen lassen, ja. Da spielen wir aber auch nur noch ein Spiel, ne? Tarkov. Ja. Scaf all day long. Aber du machst ja so schon, glaube ich, viel, nicht viel anders, oder? Ja. Also, ich hab, aktuell spiel ich fast nur Tarkov, so wie du aktuell auch fast nur am Racen bist, ne? Und, äh, das fühlt sich auch gut an, das macht auch Spaß. Und du kriegst auch das Feedback und du kannst ab und zu mal jemandem, der das noch nicht so kennt, was erzählen und was helfen und die Leute, die dann im Chat sind, die das schon hundertmal gehört haben, die denken sich so, ach. Halt doch einfach endlich dein Maul, ey. Warum musst du das immer so wie ein monotoner Monolog von dir geben? So halt. Ja. So ein Ding ist das. Ja, du, das ist beim Racen auch so am Wochenende, wenn dann Leute neu da sind, weißt du, und, äh, diese Frage stellen. Ich hab mir diese, ich hab mir ganz früher, weißt du, hab ich immer gemeckert und mir gesagt so, boah, Leute, warum stellt ihr eigentlich immer wieder dieselbe Frage? Und mittlerweile denke ich, naja, wenn man, naja, als Variety damals gestreamt wurde, also bei jedem Spiel, was kostet das? Wo krieg ich das? Wo ist dies, das? Wo ist Ananas? Und beim Racen ist halt auch so, gibt's halt viele Fragen, was ist ein Stint? Warum müssen wir reifen? Was ist ein Reifendrücker und so? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich beantworte nach einem Jahr immer noch sehr euphorisch diese Fragen und freue mich auch jedes Mal, wenn mir jemand diese Frage stellt, weil ich mir immer denke, geil, endlich hab ich eine Möglichkeit, jemanden in meine Welt zu holen und ihn vielleicht abzuholen und motivieren, hier drin auch Spaß zu haben, jedes Wochenende. Und seitdem antworte ich auf sowas nicht mehr so labidar. Weil ich mir immer gedacht hab, also meine Idee dahinter ist halt immer gewesen, man ist ja irgendwo auch ein Gatekeeper, wenn man dann so komisch antwortet, weil, naja, ich sag mal so, die Leute freuen sich dann natürlich nicht, wenn der Gegenüber keine schöne Antwort gibt. Und wenn das mittlerweile so ist, dass viele Leute die Frage stellen, sag ich auch immer, du, sag mir bitte nicht böse, die Frage wurde heute schon sehr, sehr viel gestellt, vielleicht mag dir Chat helfen. Und sowas ist, glaube ich, ein gesunder Mittelweg. Finde ich persönlich, bei mir. Seitdem ich auch viel entspannter, weil mich das halt einfach gar nicht mehr aufregt, dass Leute oft dieselbe Frage stellen. bei... Mhm, klar. Das Einzige, wo mich das wirklich stört, ne, Alex, und da sag ich dir, du fährst ein Rennen und du fährst vorne auf den ersten Dreien und dann passiert irgendwas. Und dann hast du wirklich den Song, also du hast wirklich in die Scheiße gegriffen, ne. Und, weiß nicht, du hast das Auto voll in die Wand gejagt und du hast Disconnect, läuft sowieso schon, du hast so eine Krawatte und so einen Hals und dann fährst du, komm wirklich den Rest des Rennens für manchmal fucking 23 Stunden, warum nur noch diesen Platz. Fagga, und du sitzt vor deinem Bildschirm und denkst dir so, ach. Und die meisten, die das fragen, meinen das ja nicht mal böse. Die haben vielleicht am Anfang mitbekommen, du bist Top 3 gewesen oder so, Top 5, ja, und haben nicht gecheckt, was los, die Situation nicht mitbekommen, so, ja. Die wollen, die wollen nur die Information haben, oh, was ist denn da passiert? Oh, Mann, ohne Witz, wenn du als einziger nachts zum Beispiel fährst und dann gehen ja Leute auch feiern und dann sind die nicht da und du fährst nachts alleine und du bist schon halb am Schlafen, dein Körper macht nur noch Automatismus, es fängt an zu regnen, es ist stressig. Äh, sag mal, Dizzy, warum soll ich jetzt eigentlich nur noch P3 und nicht mehr P1, Alter? Kannst du mir das mal sagen? Und dann kommt das so häufig, ne? Und dann denk ich immer so, mh, aber sie können ja auch gar nichts dafür. Aber du bist halt so unter Strom, weil du wieder nach vorne willst und voll dritte bist. Sag mal, äh, kann mir mal eurer sagen, warum wir nur noch P11 sind? Was haben die schon wieder für eine Scheiße gemacht? Ich bin so froh, dass Chat super oft und viel da schon hilft so. Aber auch schon alleine das Lesen, dieses Satzes ist so schwer immer noch für mich zu verarbeiten. Also ich hab's unter Kontrolle da nicht an die Decke zu gehen, weil die können, die Leute können nichts dafür. Aber es ist so schwer, sich in so Stresssituationen im Zaum zu halten und das zu ignorieren. Oh, Brudi. Weil du dir erhoffst halt von irgendwem, ja, krieg dich schon hin, alles cool oder Blödsinn oder dumme Witze, so, dass du halt ein bisschen runterkommst. Warum seid ihr jetzt noch mal P4 geworden? Hm. Ach, das wird schön. Ja, deshalb seh ich bei mir keine Zwinker-Smileys mehr. Ah, die hab ich auch verbannt, ja. Da wär ich auch ganz oft gefragt, warum die weg sind. Die hab ich auch. Mein Chat kann die ruhig benutzen. Ich seh's halt noch nicht. Das kommt dann in eine automatische Antwort, dass ich das nicht sehen kann. Ich hab das bei mir im Client ausgeschaltet. Ich seh dann den kompletten Satz nicht dazu, dazu, bla. Und ja, die Kurzform ist davon, weil die meisten Leute meinen das nicht böse, aber auch in solchen Stresssituationen, wie du sie gerade beschrieben hast, können dann solche Emotes dann mal so sehr herablassend drüber kommen oder sehr, ah, du weißt das nicht, ich kann dir das mal sagen. Und dann in der Situation, wenn man dann sowieso schon gerade den Hals hat, dann ist das halt kontraproduktiv, sagen wir es einfach mal so. Ja, Gesundheit. Danke. Nee, hier, Gesundheit. Ja, du. Nicht, dass du krank wirst. Du kannst das. Du schnippi. Ah, Traik, Mike, ich grüße dich. Ähm, ja. Schön war's. Ich hab ganz viele neue Headsets zugeschickt gekriegt, aber das wäre Hashtag Werbung leider. Da was gescheitest für dich dabei. Nee, leider nicht. Okay. Nee. Aber ich möchte es jetzt aufgrund der Tatsache, weil du ja selber auch andere Partner hast, glaube ich, diesbezüglich, oder? Ja. Also ich hab Wireless-Headsets gekriegt und die sind echt gut. Mhm. Wer dazu mehr wissen möchte, kann nachher irgendwie gerne bei mir das fragen, genau, aber die sind echt gut. und also wirklich die, was so Wireless abgeht mittlerweile. Auch das Mikro? Ja. Also, das ist, also, das Mikrofon ist so eine Knolle und da ist wirklich gut Qualität geladen, du. Aber was ich halt immer noch krass finde, ist, du kannst das Wireless über USB, kannst du, alles läuft tadellos, Kabel rinnen raus, keine Probleme. Mhm. Sitz wie, angegossen. Ich bin echt begeistert, muss ich sagen. Also. Ich bin bei Wireless-Kopfhörern, äh, Wireless-Headsets, Entschuldigung, ähm, höre ich mir super, super gerne die Mikrofontests an. Es gibt ja genügend YouTube-Channels, die das auch mit der entsprechenden, mit dem entsprechenden Background, mit dem entsprechenden Wissen halt irgendwie rüberbringen. Ähm, ich höre mir das super, super gerne an und da hat sich schon die letzten Jahre einiges getan, aber die meisten Hersteller nicht, weil die meisten Herstellern sind die Wireless-Headset-Mikrofone immer noch sehr blechern. Das hört sich einfach nicht gut an. Naja. Naja, aber das geht mittlerweile, das ist schon echt guter Standard, du. Ich meine, du kannst das nicht mit sowas vergleichen hier. Das geht nicht. Natürlich nicht und auch nicht mit sowas hier. Logisch. Das ist genauso wie diese, das ist auch so eine Frage, die triggert mich nicht, aber da verstehe ich nicht, wieso sie gefragt wird. Also ich verstehe, warum sie gefragt wird, aber die Antwort ergibt, also wird durch Logik beantwortet. Na ja, es wird immer wieder verglichen zwischen Gaming-Headset und HiFi-Kopfhörer und da gibt es nur eine Antwort dazu. Ein HiFi-Kopfhörer ist in der Regel immer überlegen. Es gibt Ausnahmen, klar, keine Frage und auch Budget-Modelle von großen Herstellern, aber am Ende des Tages hat ein HiFi-Kopfhörer immer einen überlegenen Sound, spätestens wenn die Frage gestellt wird, also mich hat heute jemand gefragt, nicht böse gemeint und auch die Antwort war nicht böse gemeint, wie viel Ohm hat denn dein Headset? Und ja, das ist ein Gaming-Headset. Da, ich wüsste gar nicht, da wird irgendwo in dem Setup, im Technik-Daten wird stehen, wie viel Ohm diese Treiber dann halt irgendwie haben, aber das spielt halt keine Rolle, weil den schließt du per USB an deinen Computer an und das war es, ne? Eben. So, ja, und also sobald du nach einer Ohm, also Widerstand fragst, wie viel die Treiber brauchen, damit sie in Schwingung geraten, bist du automatisch im HiFi-Sektor und ja, das kann und das klingt auch wirklich sehr gut, keine Frage, aber dann bist du im HiFi-Sektor und nicht im Gaming es versucht, gut auszusehen und irgendwas anders neu besser zu machen mit ein bisschen Blinky-AGB und am besten Wireless und am besten 24 Stunden Akkulaufzeit und gib ihm so, ne? Da sind die, die Anforderungen so ein bisschen besser und ich sage auch ganz ehrlich, auch wenn ich, du hast ja deinen Partner, ich habe meinen Partner, das versuche ich auch nicht zu verstecken, das ist Quatsch, ich sage ganz klar, wenn du HiFi unterwegs bist, dann guckst du dich nicht bei Gaming-Kopfhörern um und andersrum genauso, aber willst du ein Gerät haben, mit dem du halt sowohl sprechen über einen Voice-Chat als auch hören kannst, dann bist du meistens bei einem Headset und ja, ich kenne auch ModMic und ich kenne auch noch die anderen Sachen alle oder was du jetzt für eine Lösung da hast, finde ich auch interessant, aber das ist halt auch nicht was für jeden, ganz klar. Ja, schon sehr interessant, aber wie gesagt, in der Hardware-Welt hat sich die letzten zwei Wochen nicht wirklich viel getan, also zumindest für mich nicht, es hat sich natürlich ein bisschen was getan, aber so. Man könnte jetzt über OBS und Streamlabs OBS reden. Ja, aber Streamlabs hat das ja nicht das erste Mal gemacht, dass sie irgendwie einfach ganz dreist was kopiert haben, was ich nicht wusste, viele von uns wussten das nicht, dass, ich bin davon ausgegangen, dass sie eine eigene Version von OBS rausbringen, dass es legit war und das ist es ja auch. Das wusste man, also, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das wusste man auch damals schon, dass da alles geboppelt ist. Ja, aber was ich nicht wusste, war, dass, also OBS Project hat ja über Twitter nochmal das in Anführungszeichen richtiggestellt, nochmal geantwortet. OBS, das OBS Project bringt die Software Open Broadcaster Software aus, also OBS und das ist eine komplette Open Source Software, die jeder benutzen kann, keiner muss Geld bezahlen, man kann was donaten, falls ihr das sucht auf der Webseite von OBS Project, findet ihr das ganz präsent direkt oben, da kann man, da kann man, da kann man mal einen Betrag einmalig oder auch regelmäßig donaten, damit bei den Entwicklern auch mal ein bisschen Kohle einkommen, so finde ich auch gut, aber lange Rede, kurzer Sinn, in dieser Kommunikation, dass Streamlabs mal wieder mit ihrer Webseite komplett eins zu eins das Design von einer anderen Webseite geklaut hat, inklusive der Kundenreviews, es ist ja schon peinlich genug, ich meine, das Internet merkt doch sowas, wenn du eine Webseite eins zu eins von einem Competitor kopierst, aber dann übernimmst du doch nicht noch die Kundenreviews, so, also wie dumm ist das bitte so, ne, und da sind natürlich andere Firmen sofort auf den Zug aufgesprungen, so Elgato haben sie schon mal kopiert und keine Ahnung, noch zwei, drei andere und in dieser Kommunikation ist dann halt OBS Project bei Twitter auch mit aufgesprungen, hat dann nochmal so die Story von damals wiedergegeben, so nach dem Motto, hey, Streamlabs hat bei uns angefragt, ob sie den Namen OBS mitbenutzen dürfen, OBS Project hat geantwortet, nee, das wäre ihnen lieber, wenn OBS als Marke oder als Name nicht mit auftaucht und das hat Streamlabs nicht interessiert und sie haben ihr Produkt Streamlabs OBS genannt, also Slops, ganz normal abgekürzt und das wusste ich nicht, so, unabhängig davon benutze ich aber auch Slops nicht, ich habe das am Anfang mal ausprobiert, ich finde Slops ist immer noch eine ganz gute Software oder ein ganz guter Fork oder wie auch immer man das nennen möchte, für, du kommst einfach rein, du kannst mit drei, vier Klicks hast du dein Outfit, dein Layout also komplett drin und musst da nicht großartig was machen, das hat Cloud Backup, das ist gut für unbedarft, also für jeden User, der sich einfach null um Backups kümmert, ist das total super, du gehst an einem neuen PC online, loggst dich mit deinem Account ein und schwupps, du hast dein Layout und dein Overlay und den ganzen Scheiß, die ganzen Alerts mit drin, das kann man theoretisch mit OBS auch machen, aber nur mit Plugins und mit Nachhelfen, also nicht so out of the box und, aber bei mir hat das halt immer nur Probleme gemacht, ich habe das ein paar Mal ausprobiert und das hat Fehlermeldungen rausgeschmissen und das hat, keine Ahnung, also es ist halt irgendwie buggy und das kommt auch nicht nur von mir, das kann man im Netz ganz gut nachlesen, deshalb habe ich es nie genutzt, Punkt. Ich habe diesen ganzen Dienst, der hat schon so viel Dreck am Stecken gehabt, den habe ich irgendwann einfach, ne, da war schon so viel Schmuh über die Jahre, dass, also, das ist jetzt halt, naja, wer es benutzt, der hat glaube ich ganz viele Jahre ein bisschen was verpennt. Ja, auf der anderen Seite finde ich bei Streamlabs auch extrem schwierig, wenn du einem Streamer, der über Streamlabs seine Donations abwickelt, Geld donatest, hast du meistens, oder ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, einen Haken mit drin, dass du automatisch eine Pro-Mitgliedschaft abschließt. Wir hatten letztens erst wieder einen User, der wirklich, wirklich viel im Netz unterwegs ist, seit vielen, vielen Jahren und auch schon viele Streams zugeschaut hat, der hat bei einem anderen Streamer ein paar Euro donated, sowas, und hat dann bei mir einen Chat geschrieben, so, ey, Streamlabs hat mir gerade, keine Ahnung, 5,99 oder so, abgebucht für, für irgendeine Subscription. Und ich sage so, ja, das kenne ich, das ist nämlich dieser Pro-Service, damit du dem Streamer halt auch GIF-Bilder donaten kannst und weißt der Geier was, das geht nämlich nur, wenn du Pro-User bist, aber das läuft halt, ne, da bezahlst du den Service nochmal. Und nicht falsch verstehen, ich finde das gar nicht verkehrt, dass es eine Art Pro-Service gibt, den man als User abschließen kann, damit man halt zusätzliche Funktionen freigeschaltet hat, aber der Mehrwert erschließt sich mir da nicht und ich würde das auch niemals nutzen. Niemals. Du bezahlst Geld, damit du jemand anderes Geld geben kannst, an deinem visuellen Form, wie absurd ist die Scheiße. Ich hab damit kein Problem, dass ein Service sagt, hier, wir haben eine Bezahl-Subscription, damit kannst du XYZ machen, solange man die Auswahl hat. Aber jemandem das unterzuschieben und so diesen Haken reinzumachen, so für wen, ach du hast... Die fucking Fee zahlst du doch sowieso schon mit deinem Trinkgeld. Ja. Bäh. Es ist doch nicht verwerflich, dass man einen Pro-Service anbietet. Na, was ist das für ein Quatsch? Das ist doch bitte die Größe, Jauche. Du gibst jemandem Geld und damit du dem Geld geben kannst, wirst du jemandem Geld geben, wo du sowieso schon Geld von abgibst? Bissi, du steigst dich gerade schon wieder rein. Ich weiß, aber auch zu Recht. Nee, ich versteh dich schon, was du meinst. Ich find dieses Geschäftsgebaren von Streamlabs auch unter aller Sau. Versteh mich da nicht falsch. Ich find das auch scheiße, aber grundsätzlich ist es nicht verkehrt, einen Service anzubieten, aber sie dem User unterzuschieben und zu sagen, ach du, donatest jemandem, was? Warte mal, hier ist ein kleiner Haken, dann kriegen wir nämlich monatlich von dir Geld. Erste Monat geht aufs Haus, kein Problem, aber dann, wenn du nicht mehr dran denkst. Ja, das ist halt so das Übliche, wie bei allen anderen Dingern auch, sei es Apple Plus, hey, hier zwölf Monate gratis und schwuppdiwupp haben Millionen Menschen auf einmal einen Monat 4,99 bezahlt. Ja, rechne mal eine Million mal 4,99, da kommt ein bisschen was zusammen. Wobei, bei Apple Plus finde ich auch interessant, ich bin auch ein Apple Plus User geworden durch ein, zwei Serien, die ich da schaue oder geschaut habe. Bei Apple Plus hast du ein ähnliches Prinzip wie bei Amazon, du kannst einige Serien und Filme gucken, aber einen anderen großen Teil kannst du nur gucken, wenn du zusätzlich Geld bezahlst, so wie bei Amazon auch. Ja. Netflix hast du mit der Subscription das komplette Paket, aber bei denen und bei vielen anderen Diensten natürlich auch nicht. Und das ist ein bisschen schade, das ist ein bisschen schade. Dann denkst du so, ah cool, das gibt es auch bei Apple Plus, ach scheiße, nur für Geld. Bin ich raus. bei Apple bekommt man eine Mail bevor er abgebucht wird. Naja, am Ende des Tages ist das genauso wie die Log-Angebote von einem Provider oder von wem auch immer, dass du zwölf Monate oder drei Monate oder wie lange auch immer das kriegst. Ich schaue mir niemals bei diesen Angeboten diesen Angebotspreis an. Ich schaue mir immer an, was kostet das Ding danach, was kostet mich mein Internetanschluss in zwölf Monaten, also was kostet es ab dem 13. Monat. Das ist mir egal, ob der Internetanschluss vorher nur irgendwie 3,99 kostet. Wenn er danach 49,99 kostet und ich brauche es nicht oder es ist dann verhältnismäßig teuer, dann jucken mich diese zwölf Monate nicht. Das gleicht sich am Ende sowieso aus. Es gibt nämlich eine wunderschöne Regel, man kriegt im Leben nichts geschenkt. Gar nichts. Niemand. Man trifft sich immer zweimal. Man kriegt von niemandem etwas geschenkt. Niemand. Niemand auf der Welt schenkt dir etwas. Einfach so. Das stimmt. Keiner. Selbst deine besten Kumpels, deine Mutter, dein Vater, wenn die dir was schenken, da ist immer, irgendwas ist da immer attached dran. Und wenn es nur eine emotionale Sache ist, aber es ist immer etwas dran attached. Niemand auf der Welt schenkt dir was for free. Ey, willst du nicht vorbeikommen? Wir kochen ein Mittagessen. Ja, was braucht ihr? Ja. Ja. Also, damit meine ich jetzt nicht nur finanzielle Sachen, sondern auch emotionale Dinge. Ja? Also, wenn dir, weiß ich nicht, deine, dein Vater will deine Liebe kaufen, also Liebe, Zuneigung. Ihr wisst, was ich meine. Nicht das, was ihr jetzt schon wieder denkt, Mann! Oder du, Alex. Nein, alles gut. Aber es gibt nichts for free. Das ist true. Auch nicht bei Streamlabs. Auch nicht bei Streamlabs. Und auch nicht nur für einen Monat. Naja. Schon allein. Gestern ist das halt hochgekocht, ne? Also, quasi alle haben darüber berichtet, hier, Lance hat da ein Video drüber gemacht und spätestens heute ist das dann bei Twitch Deutschland angekommen. Viele haben darüber geredet, genau wie über das Tanzverbot-Video. Tanzverbot hat mal wieder ein Ansage-Video an Monte gemacht. Ich glaube, das ist nicht unser bei der Bubble, oder? Ach du, keine Ahnung. Das wahrscheinlich, also bei Tanzi wird wahrscheinlich sein, er hat mal gemerkt, dass er mal was Sinnvolles zu Glücksspiel gesagt hat und jetzt hält er da halt rein bei Monte, weil er gesehen hat, dass das läuft. Ja. Keine Ahnung. Ich fand's witzig. Ich hab gestern, gesehen, ich hatte Twitch auf, um die Uhr, kurz nach der Uhrzeit, als das Video veröffentlicht wurde und du hast instant gesehen, dass bei Stay, Carl, Monte und noch bei vielen anderen sofort in der Vorschau, im Vorschau-Bild hast du gesehen, dass sie sich dieses Tanzverbot-Video anschauen. Da dachte ich schon, ah, irgendwas scheint wieder passiert zu sein. Und da hab ich kurz bei Monte mit zugeschaut und der hat sich wirklich eine Menge Zeit gelassen und ich bin auch sehr, sehr ruhig geblieben bei der ganzen Geschichte. Und wenn ich das richtig verstanden hab, geht's im Prinzip nur, in Anführungszeichen, um die Glücksspiel-Thematik und dass er es scheiße findet, dass ein Monte 400 Euro nicht mehr als 400 Euro so wahrnimmt und das nicht mehr zu wertschätzen weiß. Und Monte rechtfertigt sich dann in dem Prinzip so nach dem Motto, es ist doch scheißegal, wofür ich mein Geld ausgebe, hast du da nichts zu tun. Wenn ich 400 Euro verbrenne, brauchst du mir nichts zu sagen. Und dann wurde halt hin und her verglichen. Und ganz ehrlich, man kann über Tanzverbot sagen, was man will, diese alten, seine ganzen alten Videos, da wurden nur Ansagen die ganze Zeit gemacht. Also auch sehr unangenehm im Sinne von hier, lass uns auf der Gamescom treffen, ich läuft hier über den Weg, ich prügel dich weg, so die Richtung. So habe ich Tanzverbot kennengelernt. Also das waren so meine ersten Erfahrungen mit der Person Tanzverbot im Internet. Und das fand ich sehr, sehr unangenehm. So und dann guckt man sich das bei YouTube einfach mal an, was für Content er damals hochgeladen hat. Dafür hat sich dann auch Tanzverbot in seinem Video auch wieder so ein bisschen in Anführungszeichen gerechtfertigt. Ist nicht meine Bubble. Das ist für mich so Kindergarten. Und ganz ehrlich, ich sehe das auch eher so, als ich das die Überschrift von dem Video gesehen habe, habe ich nur gedacht so, ja, wie du gerade schon gesagt hast, er hat dann halt gemerkt, dass er was Gescheites zum Thema Glücksspiel gesagt hat und hat gemerkt, da gibt es eine Response drauf. Also macht man halt eine Ansage gegen den Großen, wie früher auch. Dann wird zurückgeschossen beziehungsweise ein Video zugemacht. Das gibt halt schön wieder Aufrufzahlen. Ich will ihm gar nicht unterstellen, dass er es nicht gut meint, aber am Ende des Tages geht es um Klicks und Aufrufe und ein bisschen Fame abgreifen. Fertig. Simpel. Ja, Dizzy, haben wir noch Wichtiges zu besprechen für heute? Witziges Video. 15 Minuten im Walk. Nee, haben wir nicht. Also nee. Nee, haben wir nicht. Aber finde ich witzig. Also schön, dass man, dass einfach diese Welt ist so abstrus geworden. Also irgendwie, je älter ich werde, desto mehr wünsche ich mir eigentlich so eine einsame Insel für mich, wo ich in Ruhe streamen kann, wo Menschen sind, die ich gern habe. Das wünsche ich mir immer mehr. Menschen sind, also ich weiß nicht, die werden immer weirder. Madeira? Achso, ja, nee. Da habe ich ja Präsident Unger. Ich habe den noch nie kennengelernt. Ich weiß noch nicht, wie cool ich das finde. Boah, das ist halt so suspekt. Weißt du, also, manchmal ist es, also das klingt immer super abgedroschen, aber manchmal wünsche ich mir wirklich, ich hätte, weiß ich nicht, ich wäre unreflektierter und einfacher gestrickt, dass ich mir über solche Dinge nicht Gedanken machen würde, damit, dass mir sowas noch egaler ist. Aber ich glaube, je mehr man über Themen nachdenkt und sich damit beschäftigt, desto unangenehmer wird die Welt, glaube ich, weil du feststellst, dass Menschen einfach so dumm sind. Also so unendlich dumm und diese Dummheit eigentlich noch größer ist als ein schwarzes Loch. Also wenn du dir mal überlegst, dass da jetzt jemand jemand anderem erzählt, was er mit seinem Geld machen soll, the fuck? Und wenn Monte sich 100 Euro in den Arsch schieben würde und dann scheißen geht und das runterspült, ey, das ist sein Ding. Ey, das ist so, also, hä? Und wenn er ein Glücksspiel machen will, okay, soll er es machen. Man kann ja dann anmerken, dass er es vielleicht den jungen Menschen nicht zeigen soll, aber was spielt denn das? wenn du jeden Monat 250.000 bis eine Mille nach Hause bringst, dann sind 400 Euro wie für uns zwei Euro. Und das kannst du ja nicht mal, das kannst du ja gar nicht von der Hand weisen, weil diese Relation ist noch eine ganz andere. Wenn jemand Geldknappheit hat, sind für den 10 Euro viel. Wenn du 500.000 im Monat hast, sind halt fucking 10 Euro, es sind 10 Pfennig. Irgendwas, was du noch so im Auto, so in der Ritze findest du, ne? Ja, so ungefähr. Wenn du einen scheiß Lambo in der S-Klasse in der Garage hast, dann, also, du verlierst automatisch irgendwann die Wertschätzung dafür. Und das ist eigentlich auch völlig normal, weil ich denke, das ist eine Gegebenheit. Also, ich glaube, Jeff Bezos denkt auch nicht mehr in Ein-Dollar-Noten, sondern in Millionen, weil dein Gehirn ja auch ganz anders anfängt zu denken. Bei diesen Mengen an Summen und Geld. Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir nicht ganz so sicher. Albert Einstein, ja. Das ist immer ganz, ganz weird irgendwie. Und das hat auch, glaube ich, nichts mit Deutschland zu tun oder so. Das ist einfach nur weird irgendwie. Absolut, ja. Absolut. Ich muss auch dazu sagen, ich habe den Anfang von dem Video nicht mitbekommen. Ich habe mir das nicht angeschaut, ich kenne das Video jetzt halt nur mit Montes Unterton dabei und gut ist. Ja, vielleicht gucke ich mir das nochmal an. Ja, mach mal. Das ist bestimmt witzig. Und endlich ist auch die WinRat-Test-Version. Okay, der ist geil. Ja. Wobei ich irgendwann dann zu Seven-Sip gegangen bin. Ja, ich habe auch, also ich finde uns auch Seven-Sip hier. wenn ich mal was anpacken muss und das Standard-Mädchen nicht aufgeht. Ja, genau. Das kommt ja auch noch dann sozusagen mit dazu. Ja, gut hätte sie. Ja, wild. War schön heute, hat Spaß gemacht. Ja, hat Spaß gemacht. Willst du sprechen und ich wink dann nur und sage am Ende Tschüss? Vielen Dank, liebe Leute, dass ihr heute eingeschaltet habt, auch wenn es mal wieder wild quer durch den Gemüsegarten war. Hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr alle im Chat dabei wart. Dankeschön, dass ihr euch beiden auf jeglichen Podcast-Plattformen oder bei mir auf YouTube das angesehen habt. Wir würden uns natürlich immer gerne über Feedback freuen, also wenn ihr auch Anregungen habt oder Themen euch gerne wünschen würdet, weil für uns ist das ja mehr so eine Therapiestunde, bei der wir uns jeden Mittwoch einmal treffen und gemeinsam unterhalten über dies, das Ananas, was wir so gemacht haben. Dankeschön, Alex, dass du auch dabei warst. Küsschen geht raus, ein Refunex, der es möglich gemacht hat für euch da draußen, alles an den Geräten zu empfangen, außer YouTube und unsere Kanäle hier. Und ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche, wann auch immer ihr das hört, einen wunderschönen Tag, Nacht. Denkt immer dran, ich habe euch lieb. Ich wollte was anderes sagen, aber das kann ich nicht, falls euer Kind irgendwo neben euch sitzt. In diesem Sinne, Refunex möchte nochmal auf die Apple Podcast Bewertung erwähnt bekommen. Ja, richtig. Dem sei hiermit, das wäre hiermit erledigt. Ich glaube, es geht darum, wenn ihr bei Apple den Podcast hört, dass ihr den irgendwie bewerten sollt, damit ihr ein bisschen mehr in dem Algorithmus Liebe bekommt oder sowas. Ja, meine Damen und Herren, wie sie hat alles gesagt, wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke fürs Einschalten, macht's gut, bis dahin und tschüss. Auf Wiedersehen. Winterreif nicht vergessen. Oh, du hast ein gutes Thema. Wah? Wah? нич Guatemalan-Ziller-Tiller-Gerp-Alamachen-B-B-B-B-B-B-W-E-B-G-Stück. Vielen Dank.